Der hat gesagt, der Mohammed war der vertrauenswürdigste Mensch, der es hier auf dieser Welt gegeben hat. Er wird ja auch Sadr al-Amin genannt. So sagen die Muslime ja. Die Muslime machen aus Mohammed so den vertrauenswürdigsten Menschen der Welt. Obwohl die Quellen des Islams etwas ganz anderes sagen. Man kann diesem Menschen absolut nicht vertrauen. Und dann reden die darüber wegen der Surah 33 Vers 7 Reich. Nennst du das vertrauenswürdig, wenn dein Adoptiv, wenn dein Vater dann zu dir kommt und an deiner Tür klopft und dir deine Frau ausspannt? Ist das also vertrauenswürdiger Mensch und mit deiner Frau flirtet? Er war schüchtern, er hat nicht mit dir geflirtet. Guck mal hier, was die dem versuchen in das Hirn reinzubrettern. Unglaublich. Bist du dir sicher? Welche Interpretation würde ich dir lesen? Was bedeutet Interpretation? Das ist ein Hadith, das ist nicht in Yubi Sahih. Bukhari oder Muslime. Interpretation für was passiert. Ich meine die Geschichte. Woher werden wir die Geschichte bekommen? Die Geschichte. Wir gehen zu den islamischen Büchern und sie erzählen uns die Geschichte. Das ist korrekt. Lass uns gehen zu den islamischen Büchern und sehen, ob Mohammed hier mit ihr flirtet oder nicht. Gib mir einen Moment. Er hat einfach mit dieser Frau geflirtet. Unglaublich. Man kann Mohammed absolut nicht vertrauen. Er war auch niemals Sadr al-Amin. Er kommt also zu deinem Haus. Du bist nicht da. Flirtet mit deiner Frau und spannt sie dir auch noch aus. Und das nennen sie den vertrauenswürdigsten Menschen der Welt. Guck dir das mal bitte an. Und das kannte der auch nicht so richtig. Das ist Tafsir al-Qurtubi. Und das ist die offizielle Regierung des Königreichs von Saudi-Arabien. Er hat gesagt, dass Mohammed eine vertrauenswürdig ist. Lass uns sehen. Wenn ein Mann geht in die Haus einer marrieren Frau und er flirtet mit ihr. Und er sagt zu ihr, dass mein Herz ist für dich. Lass uns sehen. Wir müssen sich vorsichtig sein. Amir, kennst du den Hadith, wo Mohammed sagt, er kommt vom Teufel? Ich kenne den Hadith, wo er sagt, dass die Teufel ihm nur gute Sachen befehlen. Also die Dämonen, also diese Teufel, Dschinn oder was, dem gute Sachen befehlen. Du musst dir mal vorstellen, wie die diese Teufel den Mohammed reingelegt haben. Er nannte auch Gabriel, kam immer in der Form eines Dämonen namens Al-Abiad, der Weiße. Heftig, ne? Immer ein Dämon. Deswegen sagen die Muslime, es gibt gute Dschinn und es gibt schlechte Dschinn. Aber das ist ja Quatsch. Wie kannst du denn gute Dschinn unter schlechten Dschinn denn unterscheiden? Das ist ja Wahnsinn. Diese Dämonen tricksen dich ja aus und versuchen, dein Vertrauen zu gewinnen und dir dann Sachen einzuflüstern. Verstehst du? Und das ist dem Mohammed passiert. Und er nannte diesen Dämon Al-Abiad, der die Form von Engel Gabriel angenommen hat. Das sagt zum Beispiel der Tafsid von Al-Qurtubi. Und er erklärt das dann, was da abging in der Geschichte von Mohammed. Danke aber. Ja? Der Mohammed dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämonen heimgesucht wurde. Ihr kennt ja die Geschichte. Er ist ja losgelaufen. Also dieser Engel namens Gabriel, wer weiß, wer das war. Und ihr seht ja, dass dieser Engel ein ganz anderes Evangelium verkündigt hat, als das, was die Apostel verkündigt haben. Und deswegen heißt es ja in Galater 1, Vers 8 oder 6. Verflucht ist derjenige, der ein anderes Evangelium verkündet. Und wenn wir oder ein Engel euch etwas anderes als Evangelium verkünden, der sei verflucht. Also der Apostel Paulus wusste natürlich, dass es sozusagen Dämonen und Geister gibt, die versuchen, anderes Evangelium zu verkünden, als das, was die Apostel verkündigt haben. Und der Mohammed hat ja einen ganz anderen Jesus verkündigt. Niemals ist er gekreuzigt worden. Er ist nicht der Sohn Gottes. Er ist nicht Gott im Fleisch. Also das gesamte Frohe Botschaft ist weg, dass Gott selbst die Form eines Menschen annahm, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Evangelium bedeutet ja nichts anderes als Frohe Botschaft. Also dieser Engel namens Jibril würgt Mohammed in der Höhle dreimal und Mohammed rennt so um sein Leben und lässt sich von seiner Frau Khadija zudecken. Und er sagt, mich hat ein Dämon gewürgt. Und dann dieser lächerliche Test von Khadija, die dann zu ihm sagte, siehst du diesen Dämonen noch? Weil als sie so ihr Kleid ausgezogen hat, sich nackt gemacht hat oder beziehungsweise ihr Schleier weggenommen hat oder was weiß ich, was sie da gemacht hat. Weil Dämonen würden bleiben, wenn sie nackt wäre. Also wenn sie ihre Kopfbedeckung wegnimmt und alles. Ähm, nee, die Engel würden bleiben, Dämonen würden verschwinden. So, und dann hat er gesagt, siehst du, sagt die Khadija, siehst du ihn noch? Sagt er, nein. Dann sagt er, boah, Mohammed, das war ein Engel. Das war also der Test. Und dann siehst du auf einmal, wie Khadija und Erwaraka ibn Naufal so der Grund waren, die Mohammed so bestätigt haben, dass er überhaupt einen Engel oder einen Dämonen gesehen hat. Das ist unglaublich, ne? Was für ein lächerlicher Test ist das denn bitte? Ja, genau, die Geschichten aus 1.001. Hören wir mal weiter. Und dann sehen wir, dass der Gabriel aus der, äh, in der Bibel, wenn wir uns die Bibel mal betrachten und dann durchlesen, wie der Engel Gabriel immer zu den Menschen kommt. Er sagt ja immer, fürchtet euch nicht. Sie erschrecken sich erstmal, kriegen Schock. Und, aber der Engel sagt immer, fürchtet euch nicht. Ich bin ein Bote des Herrn, um euch etwas zu verkünden. Immer und immer wieder, merkt ihr das? Aber dieser Gibril aus der Höhle, nehmt Mohammed, presst dich und sagt, lies. Und dann sage ich, kann ich nicht lesen. Es ist also ein ganz anderer Gabriel gewesen. Das war nicht Engel Gabriel. Ob du jetzt Vers über Vers nennst, wie Jakob mit Engeln gerungen hat und sowas. Das spielt keine Rolle. Es geht darum, wie die Botschaft rübergebracht wurde. Engel Gabriel kam doch niemals zu irgendwem, um ihn zu würgen, um in eine Botschaft mitzugehen. Das ist doch Quatsch. Und der Engel Gabriel kam immer ganz normal, hat sich vorgestellt, die Leute hatten erstmal Schock, Angst. Ihr kennt das ja. Und dann auf einmal sagt er, habt keine Angst. Ich bin ein Bote des Herrn. Erschreckt mich. Aber komisch, bei Mohammed muss erstmal gewürgt werden. Ja, wusste denn dieser Engel nicht, dass der Mohammed nicht lesen kann? Also war der Gottesislaus wieder irgendwie fehlerhaft. Der befiehlt seinem Engel, Mohammed zu würgen. Und befiehlt ihm hier, was zu lesen. Obwohl er nicht lesen kann. Und das dreimal hintereinander. Alles muss drei sein. Dreieinigkeit. Der Mohammed hat seine Affinität zu drei. Immer drei. Dreimal durch die Nase schlürfen. Dreimal hier waschen. Dreimal Füße. Immer alles muss drei sein. Dreimal abschütteln beim Bibi machen. Heftig, ne? Muslime müssen dreimal abschütteln beim Bibi machen. Die haben ein Problem mit Dreieinigkeit, aber alles in ihrer Religion ist drei. Das kannst du niemandem erzählen, was dem Islam abgibt. Ja, und jedenfalls nannte der Mohammed dann diesen Engel Jibril auch Al-Abiad. Das sind Dämonen, die die Form von Engel Gabriel annämen. Und das lässt sofort den Islam in ein ganz, ganz finsteres Licht rücken. Ja, ihr wisst ja nach 2. Korinther 11, 14, dass es für Satan und seine Engel kein Problem ist, sich als Engel das Licht zu verkleiden. Und genau das ist dem Mohammed passiert. Genau das ist dem Mohammed passiert. Und er gibt das ja auch selber zu. Gott sei Dank. Der Typ ist selber so ein Dauer-Propagandist, der versucht, die Nicht-Muslime zum Islam einzuladen und versucht halt immer in Debatten reinzugehen. Aber jetzt einmal hat er dann auf jemanden getroffen, der sein eigener Professor ist, und das ist das CP. Er kennt sich ja bestens aus mit Islam. Ich kenne niemanden Vergleichbares, der sich so extrem gut auskennt im Islam wie er. Er könnte sogar als Richter in einem islamischen Staat arbeiten. Das ist unfassbar. Er trägt einen Doktortitel im islamischen Recht der ISCP. Heftig, ne? Ein Doktortitel im islamischen Recht. Er kann als Richter im islamischen Staat arbeiten. Er kann Urteile sprechen. Das könntest du keinem erzählen. Dann wollen die mit dem debattieren. Danke, Kero. Ist da jemand am rumtrollen oder was? Salim ist am rumtrollen. Salim, hör mal, wie dein muslimischer Bruder den Islam verlässt aufgrund der islamischen Schriften. Der liest und liest und um einmal liest er nur diesen einen Satz, behalt deine Frau für dich. Und er sagt CP, das ist das Einzige, was du gelesen hast, nur behalt deine Frau für dich. Das ist die einzige Satz, die du möchtest, um den Rest zu beenden, um den Rest zu beenden. Das ist so lustig, ey. Faabsar Azayna Baqaimah, von hier, gehst du. Mohammed, er kam zu Zayid Yawman, ihn suchte, und er sah Zaynab stand. Weiter. Faabsar Azayna Baqaimah, er sah sie, er sagte Jamila, sie war weit und wunderschön. Sie war reiß und wunderschön. So, die Hawaia, ich glaube, er liebte, sie liebte. Aha. Mohammed hat sie angeguckt, sie war atemberaubt. Eine Frau von den schönsten Frauen der Quraysh. Sie war weiß und er begehrte sie in seinem Herz und er hat mit ihr rumgeflirtet. Mit einer verheirateten Frau. Translate, translate, translate. Fahawihah, which means he loved her and he said. Er hat sie geliebt. And he said, praise God, the changer of hearts. And then he heard, Zaynab heard the blessing. So, it says that Mohammed, he went to the house of his own son. And the wife was there alone. And your prophet, he flirted with her, speaking loudly, to the point she heard him saying, that praise be to Allah, the one who flipped my heart for you. Also, Mohammed hat die Zaynab angeguckt, der war so begeistert von ihr. Und dann preiste er sogar noch seinen Gott und sagt, oh Allah, danke, dass du mein Herz für die See ausflippen lässt. Unglaublich. Also, schon wieder Allah, derjenige, der Mohammed diese Taten zuschreibt. Unfassbar. And it says they are Fahawihah, which means he fell in love with her. Also, er hat sich in diese verliebt. Okay, is that trustworthy if your father come to your house and your wife, she is alone. And he say to her flirting words, like you are sexy, man, I like you, wow, yummy, yummy. If you say such a thing, God forbid. Is your father, or even if he is your friend, or even if he is your brother, is that a trustworthy person? Wait, this hadith, like, is it a, is it a weep? Ich musste direkt an dieses Lied von Justin Bieber denken. Girl, you got the yummy yummy. Das passt auch so. Das muss man eigentlich abspielen lassen, wenn man diese Geschichte da liest. In Zuche 33, Vers 37. Dann liest man das vor und dann macht man im Hintergrund dieses Lied von Justin Bieber. Girl, you got the yummy yummy. Der arme sagt auf einmal, ist das authentisch, ist das ein authentischer Bericht? Ich meinte, was soll das, das ist doch von deinen islamischen Seiten und dein Al-Qurthubi, Mann. Der kann jetzt nicht glauben. Tafsir Al-Qurthubi, I have nothing to do with it. Das ist von Muslime, für Muslime, über den Propheten. Wenn das das ist, was Muslime über ihren Propheten aufgeschrieben haben, kaum vorzustellen, wie hässlich die Wahrheit dann sein muss, ne? Über Mohammed. Wahnsinn, ne? Und dann sagen die uns, das ist der schönste und beste Mensch der Welt. Und das haben die Muslime aufgeschrieben. Krank, ne, ihr Lieben? Krank. Because always Muslims, they try Mohammed to look like the most perfect man. Genau. For me. Die Muslime versuchen ja Mohammed als das schönste Vorbild aller Zeiten darzustellen. Wenn wir dann auf einmal das lesen, dann denken wir, ist das das schönste Vorbild aller Zeiten? Aber wer ist denn Herr Jesus? Gott im Fleisch, absolut. Du hast mich, ich glaube Mohammed ist bereits sleeping mit dieser Frau, denn er ist derjenige Frau zu Mohammed. So Mohammed, obviously, er hat diese Frau zu Zaid. So er kann accessen von Zaid, so er kann accessen von Zaid niemals, denn niemand will suspecten, dass er sie sleeping mit ihr, denn sie ist mit seiner Frau zu ihrem Vater, bei Adoption. So now Mohammed, er hat free accessen. Der Husband, er geht zur Arbeit, der Prophet, er kommt nach Hause. Er ist mit der Frau, und der Husband ist da nicht zu fragen. Und dann, ihr will notice hier, dass sie sagt zu Zaid, Fafatina, Zaid. Fafatina, like Bingo. Oh, boy. Dieser Mann ist already sleeping with my wife. So right away, he went to Mohammed, he says, I want to divorce this wife, she, I don't like her already, she, she's, she's hurting me with her tongue, you know? Suddenly, the guy, he won't. Auf einmal sagt dieser Zaid, ich werde mich von ihr scheiden lassen, weil sie war frech gegenüber mir. Vorher hast du doch niemals ein Problem mit ihr gehabt. Die war immer, ihr war doch immer wundervoll. Ah, weil Mohammed sie in seinem Herzen begehrte und mit ihr flirtete, und sie haben wollte, hast du dich von ihr scheiden lassen. Unglaublich. It's fine with his wife. The second she told him that your father was here, and he flirted with me, and he said that his heart is flipping for me, suddenly the guy won't divorce her, because I said he knew that he became a Pimp. If he stay married to this woman, he's a Pimp. Who is going to stop me? Salem, entweder kommst du hoch, oder du wirst hier gestummt, weil ich hab keinen Bock, dass du hier rumrollst. Soll ich tust du hochkommen und deine blödsinnigen Argumente hier bringen und dann mit mir darüber reden, oder willst du hier rumtrollen? Wir brauchen sowas nicht. Diese Rumtrollerei kannst du in deine muslimischen Räume da machen. Wenn du etwas lernen willst, dann hör zu und lerne von Sibi, wie er mit Muslimen diskutiert und sie rausholt aus dem Islam. und sie rausholt aus dem Islam. Ja, genau. Hier, Tissi weiß Bescheid. Hier, guck mal. Der gibt dir noch mal eine letzte Warnung. Ich bin auf der Arbeit. Ja, dann guck mal einfach, dass du später dann live kommst, oder was. Da können wir ja darüber reden, in Anstand und Vernunft. Aber behaupte nicht einfach Sachen, die nicht den Tatsachen entsprechen. Hol ihn hoch. Er sagt, er ist auf der Arbeit, der Typ. Hier, ich schicke dir Einladung, komm. Aber die ganze Zeit Dreck schreiben kannst du. Ja, die ganze Zeit kannst du schreiben. Du bist auf der Arbeit und kannst die ganze Zeit schön schreiben. Dann mach doch Kopfhörer rein, arbeite und komm her. Talk to me. Kennst du das Lied? Talk to me. Oh, Baby, talk to me. Lass mich nicht anfangen zu singen. Herrlich, ey. Salim, du Lugner. Du bist eine Luger. Aber sein Name ist auch sehr, sehr bezeichnend. Ihr kennt ja die Geschichte um Salim, ne? Der ein Verbündeter war. Und dann der Mohammed angeordnet hat, dass die Frau von Mohammed die Busen rausholen soll und ihn stillen soll. Salim. Und dann zu Mohammed sagt er, wie soll ich ihn stillen? Er ist ein erwachsener Mann. How can I suckle him? As he is a grown-up man. Salim, du hast einen sehr guten Namen. Lass uns mal darüber sprechen. Ja, Rasulallah. He is a grown-up man. How can I suckle him? Wie soll ich ihn stillen? Er ist ein erwachsener Mann. Hallo? Ja, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Da kommt wieder Why are you always lying? Why are you always lying? Du findest immer was. Natürlich, Dr. Scheech. Aber mir ist Hirn immer noch intakt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die ist eine reinste Katastrophe. Kannst du mit deinem Menschenverstand überhaupt nicht mehr vereinbaren. So ein Vorbild dann noch zu folgen und mir zu sagen, dass dies ein Prophet wäre, der diese Sache nur getan hat, weil Gott ihm das befohlen hat. Es ist ja eine gute Nacht. So, ich habe einen Beitrag. Wenn er zu diesem Mann ist, er ist ein Pimp. Wer ist zu stopen Mohammed, der der König von ihm ist? Er ist jetzt nicht mehr. Er ist nur ein Adoption von Khadija. Und dann Mohammed, der der Vertreter, der der Vertreter, er verletzt die Wahrheit, Das ist eine Praxis für Jahrzehnte von Adoption, das ist eine noble Art. Der Arme sagt, ich glaube, diese Überlieferung ist schwach. Der Sipi sagt, natürlich, alles ist schwach, was der Mohammed auf einmal in ein schlechtes Licht rückt. Alles ist auf einmal schwach. Sie sagen, call me a month from now, I'm going to feed it. Sie leidet mir, was Zaynab hier mit mir gesagt hat. Ich wollte Sie darauf achten. Und in ein paar Rewaheien, Sie sehen das, dass er das von ihm auswählen kann, wenn er an Yaquba ist. Sie sehen das? Es sagt hier, Sie sehen, dass er zu seinem Bett, seine Frau, seine Frau, sie wollen Sex mit ihr. Aha, also Zayn wollte dann auch mal mit seiner Frau schlafen. Sie sagt, but he could not do it with me. Aber er konnte das nicht mit mir machen. Warum? Guck mal, was Allah macht. Allah hat ihm das verboten. Er konnte es nicht machen. Und das ist die Überlieferung von Abi Asma, so in der anderen Namen. Und das ist von Zaynab. Und das kommt von Zaynab. Sie sagt das. In einer von den Storien ist, dass Zayn seine Penisse schwellt, jede Woche er versucht, ihn zu nahe zu ihr. Guck mal, was du denkst? Allah hat nicht zugelassen, dass der Zaynab mit der Frau schläft, mit Zaynab schläft und hat einen Wunder vollbracht, indem er sein PNIS zum Schwellen gebracht hat, damit er nicht mehr mit dieser Frau schläft. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Damit auch Ya nicht mehr diese Frau berührt wird von einem anderen Mann. Miracle. Miracle. Miracle auf Allah. Guck mal, der ist schockiert, der Arme. Er ist schockiert. Das Gute ist, der Zaynab zeigt ihm das gerade auf Arabisch und es gibt keine Ausrede. Er kann das alles lesen. Versteht ihr? Das ist das Gute, weil er Arabisch spricht und das lesen kann und nicht so arrogant daherkommt wie alle anderen. Mohammed, now he liked the wife. Allah, he made the penis of the husband and swir. You see, it's a miracle. Well, like the Prophet did tell him to stay with your wife. Like in the end he was human, like he made mistakes. You see, how Mohammed, he says to him to stay with your wife and five minutes ago he was a flirting with the wife. Ja, wie kann das denn sein, wenn er zu ihr sagt, wenn er zu sein sagt, behalt deine Frau fünf Minuten vor, hat aber noch mit dieser Frau geflirte. Was ist das denn? Das ist ja pure Euchelei. Was soll das denn, Mann? Der hätte sowas niemals machen sollen. Kannst du nicht sagen, dass dieser Mann eine Hypocrite ist? Erinnere mich, ich komme zu einer Frau, ich flirte mit ihr, und dann kam sie zu mir und sagte, ich will sie zu ihr, und ich weiß, ich will sie zu ihr, und dann sagte ich, nein, nein, behalte deine Frau, Mann, behalte deine Frau. Ich meine, natürlich, komm mal. Und sogar die Versen sagt, die Versen sagt, Mohammed sagt, Allah hat ihm gesagt, warum du sie schiebst, warum du sie schiebst, was du in deinem... Allah sagt ihm noch sogar, Mohammed, warum verbirgst du etwas in deinem Herzen, was du für diese Frau empfindest? Geh und nimm sie. Der Gott des Islams animiert den Mohammed dazu. Geh mal und nimm die Frau von deinem Adoptivsohn. Unglaublich, ne? Und das soll Gott sein? Gott verurteilt den David für seine ekelhaften Handlungen und hat ihn bestraft, hat seine Kinder getöten lassen und ihn richtig zur Strafe, also zur Rechenschaft gezogen. Und dann sehen wir auf einmal auf der anderen Seite den Gott des Islams. Geh, mach, tu. Dein Herz, kein Problem, nimm sie. Ob sie verheiratet ist oder nicht. Das kannst du niemandem erzählen. Und daran merken wir, dass das Mohammeds Erfindung war mit Allah. Allah gibt es gar nicht. Er hat, so wie die Aisha sagte, der eine Satz, den Aisha sagte, in einem nüchternen Zustand, ich sehe, dass dein Herr sich beeilt, deine Wünsche und Triebe zu erfüllen. Sie hat genau verstanden, wer Mohammed ist. Sie hat genau verstanden, wofür Mohammed den Islam gegründet hat. Als die Frauen in Scharen zu ihm kamen, um mit ihm SEX zu haben. Und er hat sich die eine nach der anderen ausgesucht. Wie in so einem Auswahlverfahren, Quelle-Katalog, Otto-Katalog. Und dann sagen die Muslime zu mir, der Islam ist die schönste Religion der Welt. Mohammed war der beste Mensch, den es je gab. Das kannst du niemandem erzählen, was hier abgeht in Deutschland und in Europa gegenüber dem Islam. Was für denlessen, Warum hast du im Leben verstanden, was hier in dein Herz für ihn? Was der Gott, er sagte, warum wofür du in einem Mensch steckst, was hier in deinem Lust? Das ist not love, das ist lust. Mohammed bereits hat viele wives. Sie haben nicht mehr eine Frau. Was der Kind... Der RISK-Debater. Daniel. Schiffer, wie geht's dir? Haben sie den da gut, und dir? Warum bist du so leid? Du kannst mal lauter sprechen. Bin ich leise? Ja, du hast voll den schlechten Empfang. Ich höre mich doppelt. Du, komm doch mal rein. Ich bin gerade auf dem Autobahn. Ja, das geht nicht. Das ist unverständlich. Man hört fast gar nichts. Habt ihr das auch so gehört wie ich? Hören wir weiter. You are hiding your lust. This is not love, this is lust. Mohammed already had many wives. He do not need one more wife. What kind of a God and what kind of a prophet? He asked a man. RISK-Debater, guck mal, dass du gleich irgendwo in Ruhe anhältst. Und dann alles ein wenig ruhiger ist um dich herum. Weil das geht gar nicht. Gerade eben, dass du angst, als wirst du im Aquarium. Who he is sending him as a trustworthy, saying to him, why you hide what you have in your heart, which is for a woman she is married. Which verse is that? What do you mean, which verse is that? It's the verse of a womanation. You know, the person in front of chapter 33, verse number 37. He said to the man, why you want to divorce your wife, keep your wife for you, keep your wife for you, man, keep it, keep it. And then, oh. Oh, Jesus. Why you are hiding what is inside you? The Muslims, they say that Allah told him that this woman, she will be yours. Why she will be his. Allah, said Muhammad, take her to your wife, no problem. Allah has no moral, ethics and anstand. He just said to Muhammad, take her to a married woman, take her to a married woman, take her to a married woman. Is that God? Is that the moral of God? She is married already. Well, uh. We see that from the example of David, David did the worst things. Zaid didn't want her, so. What do you mean, don't want her? Zaid, he never said, I don't want her, enter Muhammad. He went to his house and he flirted with her. You are the one who said to me, he is trustworthy. Let us go to different ways on the problem. Okay? Er hat immer schon von seinem Leben lang daran geglaubt, dass der Muhammad so ein vertrauenswürdiger Mensch war, der nie irgendwie eine Lüge erzählt hat oder irgendwas anderes getan hat, was ihn moralisch gesehen in ein schlechtes Licht rücken könnte. Und dann sehen wir auf einmal, dass die islamische Schriften uns einen Mohammed porträtiert, der brutaler und schlimmer nicht sein könnte. Also ich könnte ihm niemals folgen nach dem, was wir alles herausgefunden haben. Niemals. Wir müssen eindeutig sagen, dass es nie ein Prophet war, sondern dass er den Islam erfunden hat, um an seine Gelüste ranzukommen. Eindeutig. Und das sagt sogar seine Kindsfrau. Ja, Muhammad, ich sehe, dass dein Herr sich beeilt, deine Wünsche zu erfüllen, deine Triebe. Vergiss niemals den Satz von Aisha. What about this, Muhammad? Do you know that your prophet was accused to be, you stole underwear? He would never... Wusstest du, dass dein Prophet beschuldigt wurde, im Koran Unterwäsche geklaut zu haben? Suche 3, Vers 161, Leute. Muhammad wurde beschuldigt, Unterhosen zu klauen. Ist das krass? Anstatt der Allah sofort einen Vers herabsendet und sagt, er war es, weil er ist ja allwissend, der Allah. Sagt er auf einmal, Muhammad war das nicht. Und jetzt reden die darüber, Leute, ihr lacht euch kaputt. Der Typ sagt auf einmal, nein, das kann doch nicht sein. Guck mal, guck mal. Guck mal, du sagst. Well, let's see. Of the Muslims, in Chapter 3, in Chapter 3, Verse 161, it says... Aha, in Surah 3, Vers 161. Surah 3, Vers 161. That the Muslims accuse your prophet that he's stolen underwear. Siehst du, also sie haben ihn beschuldigt, dass er Sachen geklaut hat, also so Unterwäsche oder irgendwelche Klamotten oder was. Die Muslime haben ihn beschuldigt, ein Betrüger zu sein. Guck mal jetzt, und dann hat ihn Allah ein Vers herabgesandt, wo er auf einmal, wo Allah sagt, er war es nicht. Anstatt Allah in seiner Allwissenheit den Leuten sofort das aufklärt und sagt, dieser Mann hat das geklaut und nicht Muhammad. Sagt er einfach nur, er war es nicht. Guck mal jetzt bitte, Allah. Well, that is not a fraud. What is behind the story? There is a book, it's called As Bab al-Nusul. As Bab al-Nusul. Yeah, I know. Also die Muslime, die mir gerade zuhören, die kennen das ja, von Al-Wahidi. As Bab al-Nusul. Die, ähm, der, die Herabsendung, der Grund für die Herabsendung eines Verses. Und da sehen wir auf einmal, was war denn der Grund für Surah 3, Vers 161, als er herabgesandt wurde. Guckt euch das bitte an. Alright. We can go to any Tafsir you wish and do it. I mean, not necessarily this one. Ey, das ist so krank, habe ich euch das nicht gesagt, dass die Tafsir der Gelehrten, der Großgelehrten den Islam ruinieren? Weißt ihr, wie viele Leute, Muslime, im Stillen den Islam abverlassen sind? Ich habe euch ja gesagt, sie können das nicht frei äußern, weil es da drauf so Ächtungen gibt und Entehrung und alles Mögliche. Deswegen verlassen sie es im Stillen und leben einfach nur noch ihr Leben. Die kennen sich ja alle aus. Versteht ihr? Sie sind ja in der Lage oder fähig genug, genau das Gleiche wie ich ja zu tun. Ja, die Tafsir der Gelehrten aufzuschlagen und zu schauen, warum ein Vers herabgesandt wurde. Die Schlauen unter ihnen hauen er ab aus dem Islam und sagen, das ist das für Geschichten. Mohammed wird beschuldigt, einfach Unterhunden geklaut zu haben. Und da Allah, anstatt er das dann auflöst und denjenigen, der das getan hat, aufdeckt, sagt er einfach nur, er war es nicht. Das würde auch vor jedem Gericht so bestehen. Jeder Richter würde akzeptieren. Er war es nicht. Kein Problem. Das war es. Du brauchst nur zu sagen, er war es nicht. Ich meine, nicht unbedingt das, aber wir werden sehen, wir werden versuchen, was das bedeutet. Chapter 3, Vers 161. Ich meine, der 1 ist kreier. Ich meine, ihr seht ihr, ich spreche mit dem Mann hier, warum du immer kreierst? Warte, bis er sich auflöst und dann wir nehmen, was passiert mit den Menschen? All right, wir gehen zu 161. Warte mal bitte, das ist Tafsir der Gelehrten. Wenn die Schwester Mariam gleich da ist, kann sie uns das vorlesen. Ist das krass. In the day of Badr. Danke Allah. And some began to say, perhaps the Prophet took it. The following was revealed. It's not for a Prophet to be a fraud to Ya'ul. You say there's no way the Prophet, he does that. If yes, why are the Muslims accusing their Prophet that he stolen underwear? Well, just some people they accused him, I wasn't proven. Some people, they are Muslims. He's the best man. Okay, but that's mean, you see, if I am the best man between them, I will be the last one to be accused. Genau. Correct? Wenn Mohammed doch der beste Mensch ist, dann wäre er doch der letzte, der beschuldigt würde, irgendwas geklaut zu haben. Er ist doch der beste Mensch, der vertrauenswürdigste. Warum sollte man ihn gerade beschuldigen? Wie sie wie so fortschalten, das ist heftig. Kein Muslim kann es aufnehmen mit ihm, nicht ein einziger. Aber es gibt kein, habt ihr gesehen, was er mit diesem Al-Azhar-Universitätsprofessor getan hat? Ich war nur am staunen. Ein Professor der Al-Azhar-Universität, dieser Dr. Rohi, der wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist dieser Professor. Unglaublich, unglaublich, Leute, unglaublich. Warte, ich komme jetzt sofort wieder. Ja, ja. So, Dr. Scherabau, mir kommt gleich wieder. Tippen, Leute. Drei, zwei, eins. Jetzt alle zusammen, während ich weg bin. Jetzt. Heidi Scherabau, mir ist weg. Pdi, drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Haltet euch das immer im Hintergedanken, dass der Herr sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn ihr euch also fürchtet, so seid ihr nämlich vollkommen in der Liebe. Daher bitte ich euch, dass ihr keine Angst haben braucht. Der Herr Jesus Christus hat ja die Welt überwunden. Wovor solltet ihr euch für ihn fürchten? Ja, kann ich gleich mal machen. Kannst du den Sirkel 18, 23, 24? Mache ich nicht. Sirkel 18 war das nicht, dass das Blut des Ungläubigen an unseren Händen klebt, wenn wir ihm nicht von seinem Irrweg abbringen oder was? Allah Hekber. Was? Allah Hekber? Was ist Hekber? Was ist das denn? Allah Hekber, Leute. Habt ihr das schon mal gelesen? Allah Hekber? Wie? Allah ist jetzt ein Heckenbär oder was? Allah Heckenbär. Allah Hekber? Das kann doch nicht wahr sein. Der Heckbär. Allah Hekber. Allah Hezbär oder was? I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Allah Hekber. Das ist heftig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Allah Hekber. Und dann macht er noch so mit dem Zeigefinger und seinen Halbmund. Aua, aua. Das ging aber nach hinten los. Vertippt. Kein Problem. Wir verzeihen dir das. Allah Hekber. Ja, aber die Türken sagen wirklich, die sagen nicht Allah Hekber, die sagen Allah Hekber. 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 Die machen aus Akbar Hekber. Das ist heftig. Habt ihr schon mal gesehen, wenn die Türken dann so rumschreien? Allah Hekber. Das ist Wahnsinn, ey. Das heißt Allahu Akbar. Und nicht Allahu Hekber. Und nicht Allahu Hekber. Manson, dass es andere sind. Dass man sich die Türken dann. Und nicht ohne Anfulatur der Türken. Und nicht so rumschreien. Das ist nicht nur auf. Und nicht mehr so rumschreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo! Habt ihr den gesehen? Den little cutie. Eckmeck. Eckmeck ist Brot, ne? Eckmeck ist Brot. Deswegen regen sich ja auch so viele Araber über die Türken auf, weil die das nicht so richtig aussprechen können. Die hassen sich eigentlich gegenseitig. Die Türken wollen eigentlich nichts mit dem Islam zu tun haben, aber wollen doch irgendwie an Gott glauben, aber passen sich ihren eigenen Islam zurecht und sowas. Das können die Araber, die dann so streng nach Koran und Sunda gehen, dann nicht dulden oder leiden. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist heftig. Dürfen Dürfen Untertitelung des ZDF, 2020 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 hat, dann gib rein. Eine Zwangs-Ehe ist verboten. Wenn einer zum Beispiel kommen würde und meine Tochter, die geschlechtsreit ist, heiraten wollen würde, dann muss meine Tochter auch einverstanden sein. Ansonsten ist die Ehe ungültig. Okay, dann war die Ehe mit A, ich war mal ungültig, weil sie wurde gepackt an der Schaukel und wurde fertig gemacht, geschminkt, gewaschen und in die Ehe gegeben. Hat sie eine Entscheidung treffen können? Du hast gerade den Islam vernichtet. Das war's. Islam getötet. Kann man sich eine 6-jährige fragen, ob sie heiraten möchte? Eine 6-jährige ist gar nicht fähig. Mein Lieber, ein 6-jährige ist doch gar nicht fähig zu differenzieren, was Hochzeit, Heirat bedeutet. So sieht es aus. Sie sagt zu einem Ja und Nein, das ist als wenn du reißt, sollen wir schwimmen gehen? Da sagt die Ja. Sollen wir die Erde bereisen? Da sagt das Kind Ja, weil es gar keine Vorstellung hat vom Leben. Leser, was ist denn in diesen drei Jahren geschehen? Der ist heftig. Der ist ein Verteidiger von Finsternis. Man hat sich nicht drei Jahre darüber geredet. Du kannst doch nicht ein Kind fragen, ob es heiraten möchte. Das Kind hat ja kein anderes. Der sagt zu einem Ja und Amen. Verstehst du's nicht? Du musst das Kind schützen. Ey, das gibt's nicht. Der ist heftig, ne? Der ist käuflich besessen, Mann. Ich frage dich zum Beispiel. Wie biologisch ist es erlaubt, einem Mädchen zu heiraten, die Geschlecht hat? Nein! Nein! Natürlich nicht! Es gibt Mädchen, die mit neun oder zehn Jahren haben ihre Menstruation. Ach, erzähl doch nicht. Es gibt Leute, die mit neun oder zehn Jahren haben ihre Menstruation und die darfst du trotzdem nicht feiern. Das sind Kinder. Nur weil es körperlich ver... Warte mal kurz. Nur weil ihr Physiologie imstande ist, sowas zu produzieren... Er ist gegen die Bibel. Lass die fahren. Er ist gegen die Bibel. Gegen das Evangelium. Gegen die Apostel. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Es gibt Babys, zum Beispiel bei männlichen Babys. Er sagt, das ist ein Quatsch. Sieht ihr? Er sagt, das ist ein Quatsch. Es gibt männliche Babys, die bekommen eine Erektion. Drei Tage alte männliche Babys. Nur weil sie eine Erektion bekommen, mein lieber hochintelligenter Geschäftsmann. Wenn ein männliches Baby von drei Tagen alt eine Erektion bekommt, weil man das unter und unter berührt bei ihm. Heißt das, dass er heiratsfähig ist, nur weil es physiologisch klappt? Nein, das ist nicht der Grund. Also, physiologische Bereitschaft ist nicht ein Indikator für Geschlechtsreife. Man ist erst Geschlechtsreife, wenn man seine Schamhaare kriegt. Nein! Bei manchen Kindern setzt es schon eine Schamhaare bei elf, zwölf Jahren an. Ja, dann ist das so. Das sind Kinder, Mann! Nein! Das heißt, das ist unrelevant. Kannst du mit zehn Jahren warten? Ja, dann kannst du dich heiraten mit zehn Jahren. Kannst du eine Frau ernähren? Wie bitte? Kannst du eine Frau ernähren, eine Familie ernähren mit zehn Jahren? Wenn ich nicht schlechtreife würde? Ja klar! Boah! Boah! Sie muss doch auch die geistliche Fähigkeit haben. Es geht doch nicht nur darum, dass wenn sie jetzt blutet, in die Ehe gehen kann. Sie muss doch auch eine geistliche Fähigkeit haben, Mann. Wie kann ein neunjähriges Kind der geistlich fähig sein Dinge zu unterscheiden? Ein Kind macht doch noch Dummheiten, Mann! Du kennst den Hadith, wo die Aisha gepackt wurde? Die war am Schaukeln! Das ist mal ein kleines Kind, die war am Schaukeln mit ihren Freundinnen. Die Ansaris kamen, haben sie gepackt, haben gesagt, heute ist dein schönster Tag. Du wirst verheiratet. Und sie sagt, ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Was? Hä? Haben wir was, was du gesagt? Ich hab gesagt, dieses Kind wusste gar nicht, was dir geschieht. Aisha wusste nicht, was mit ihr passiert. Sie wurde zwangsverheiratet. Sie war am Schaukeln mit ihren Freundinnen. Ein paar Frauen der Ansaris haben sie genommen und haben gesagt, Oh Aisha, heute ist ein Glückstag. Du wirst in Mohammeds Haus gegeben. Sie wurde fertig gemacht. Sie wusste gar nicht, was da geschieht. Verheiratet und rüber in den Zaun von Mohammeds. Heftig, ne? Kann ich dir das zeigen? Kann ich dir zeigen. Bist du denn auch der Meinung, dass man, wenn man geschlechtsreif ist, dass man nicht heiraten darf? Nein, um Gottes Willen, Mann. Was redest du da, Mann? Nur weil ein Kind da ist. Was ist denn an deinem Kind denn dran? Warum? Du selber würdest dein Kind nicht geben. Aber versuch dir die Zahlen zu verteidigen. Du bist doch nicht bereit, das zu geben. Amir, die Sache ist doch so. Bei euch in der Bibel steht das doch auch. Nein. Steht das nicht? Nein. Krass. Krass, ja genau, krass. Das ist krass, Amir, was du sagst. Ja, weil ich die Wahrheit sage. Das ist für dich sehr krass. Aber Amir, hast du keine Angst, dass du, guck mal, du gehst ja auf die Persönlichkeiten der Muslime. Also du gehst auf die Privatsphäre ein. Und hast du irgendwie keine Angst, dass irgendwie irgendeiner mal das mal mitkriegt und der wird verrückt dadurch? Wie meinst du verrückt? Ja, weil normalerweise ist das so, wenn du Probleme hast mit einem Moslem, weil das für ihn erlaubt ist, heißt das, du greifst deine Privatsphäre an und du weißt ja, wie gewisse Muslime darauf reagieren. Ja und? Ja, ganz genau. Deine Religion, die Muslime, die friedlich sind, friedliche Muslime, die mir dann zeigen, wie friedlich der Islam ist. Es gibt auch Christen, die so auch reagieren können, ne? Nein. Sag mal, so ein Christ irgendwas peinliches oder so oder was auch immer. Da wird er auch sauer. Zum Beispiel Italiener, die verstehen keinen Spaß. Ja. Ja. So, schreibt ihr das bitte auf. Sahi Al-Bukhari, 1422a. Aisha wurde gepackt. Sie war gerade mit ihren Freundinnen am Schaukeln und sie wusste nicht, was ihr geschieht. Geisteskrank. Sechsjähriges Kind. Guckt ihr. Wer mir das verteidigt, der ist ein Verteidiger von Finsternis, Mann. Zwangsverheiraten. Wo siehst du das? Äh, okay. Wie heißt das nochmal? Sahi Al-Bukhari? 1422a. 1422a. Das heißt, es gibt mehr Radiesse davon. Okay. Immer wenn... Hier, guck mal das Kapitel, guck mal der Name des Kapitels. Es ist in einem Vater gestattet, die Heirat einer Jungsfrau zu arrangieren. Sahi Muslim, 1422a. Heftig. Ja, arrangieren. Was heißt das denn für dich? Ja, dass man die Kinder in die Ehe schicken kann. Gar kein Problem, laut deiner Religion. Schicken kann. Du sagst es ja. Vierte Ehe. Er kann. Er kann, ja. Ey, du... Oh mein Gott, siehst du, ich habe jetzt eine Verstoßverwarnung. Ja, das stimmt. Du hast eine Verstoßverwarnung bekommen. Ich muss das kurz neu starten, Leute. Ich komme jetzt sofort wieder. Einfach nur... Traurig! Werte, hast du gesehen? Wir sind richtig schlecht in der Marktgrube. Hi, Gottes Segen. Ja, mir ist richtig übel. Gott segne dich und deine Farine, Watzina. Danke. Gottes Segen. Vierte Frage. Der sagt, dass es in Bibel erlaubt ist... Lauter sprechen. Er sagt, in Bibel ist es erlaubt, ein kleines Kind zu heiraten, der mästriert. Darf eine Frau, die mästriert und nicht schreibt genug ist, Selbstentscheidungen zu treffen, heiraten? Nein. Denn nur eine Frau, die selbst entscheidet, einen Mann zu heiraten, darf heiraten. Ja. Jeder von uns kann eine Wortstudie unternehmen. 1. Korinther 7, Vers 13 müsste es sein, wo der Apostel Paulus darüber spricht. Und das Wort ist Hyperagmos. Ihr müsst hier eine Wortstudie unternehmen. Das bedeutet, weit über ihre Blüte heraus. Also wenn sie schon geschieht, weit darüber hinaus. Das bedeutet das Wort. Und nicht Kinder heiraten, wie dieser wahnsinnige, dieser Nagellack draufmachende Clown da erzählt. Ganz genau. Denn eine Ehe ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und keiner darf durch eine Entscheidung treffen. Ja, die Muslime, die schämen sich einen Grund und Boden, weil ihr Prophet das gemacht hat, weil Allah das sagt. Versuchen sie jetzt die Bibel anzugreifen und sagen, oh, die Bibel macht sagt auch. Ja, das stimmt. Und das tut mir auch sehr leid. Schande, Schande, Schande auf euch alle, die ihr versucht Pädophilie zu verteidigen. Schande auf euch alle, die ihr das auch noch versucht zu verteidigen und zu erklären. Gut, ich warte nur, dass das war so. Danke dir. Alles klar, Gott segne dich. Ciao. Ich auch. Tschüss, tschüss. Reza. Ja, ja. Als ich gerade rausgegangen bin, was habt ihr denn da noch gesprochen? Da war ja noch heftigere Sache, was er ja gesagt hat. Ja, nein, er portet ja darauf, dass wenn die Geschlechtsreife einsetzt, egal mit wieviel Jahren, dass derjenige heiratsfähig ist. Und ich habe ihm ja als Beispiel gebracht, nämlich dieses männliche Babys, die eine Erektion bekommen können. Ja, nach fünf Tage, also fünf Tage alte Babys. Und das heißt also, wenn es physiologisch sozusagen zu einer Erektion kommt, ja, dann ist das Baby heiratsfähig, geschlechtsreif. Oder was? Nur weil es physiologisch ein Merkmal entsteht, ein Signal. Heißt das doch nicht, dass das Baby heiratsfähig ist, nur weil es eben physiologisch klappt? Und das wollte er nicht verstehen, beziehungsweise... Ich bin so entsetzt. Ich bin so entsetzt über diese Denkweite. Das heißt also ein... Das heißt also ein... Ja, das ist Verteidigung. Ja, das ist Verteidigung. Ja, das ist Verteidigung. Das ist Verteidigung der Finsternis. Und wenn sowas schon passiert, Amir, dann ist das schon ein schlechtes Signal dafür, dass mit dem Menschen schon etwas nicht stimmt. Beziehungsweise er wurde so indoktriniert, dass er bereit ist, ihm schlimmste Taten zu begehen, weil er denkt, das ist von Gott. Und dann ist dieser Mensch schon, meiner Meinung nach, verloren. Weil sein Herz verhärtet ist. Also vom Verstand versteht ihr das ja, aber vom Herzen her lässt er das zu, das Böse. Das heißt also sein Herz ist verhärtet. Ihr Lieben, äh, so wie dieser, äh, hier der Schiffe, der RIS-Diveter, als er gerade ihm gesagt hat, äh, sie wusste ganz genau, was dir geschieht. Und dann sehen wir, dass die Hadiths etwas ganz anderes sagen. Sie wusste überhaupt nicht, was dir geschieht. Sie wurde einfach gepackt und in sein Haus mitgegeben. Wahnsinn, ne? Verheiratet. Tschüss. Zwangsverheiratet. Ja. Du kannst doch nicht eine 6-jährige fragen, ob sie heiraten möchte. Die wär zu jedem Schrott ja und ab, weil das ein Kind ist. Das ist so, als wenn du sie fragst, möchtest du mit Hasen spielen? Dann sagt die ja. Möchtest du heiraten? Ja. Die weiß ja echt, was das ist. Absolut. Das darfst du niemandem erzählen. Das ist krank, Mann. Ja. Seht ihr, hab ich nicht gesagt, der Islam gehört auf der Weltverbote. Der Islam gehört nicht zu Europa. Der Islam hat nichts mit Europa und den Wertensruhen nichts. Was meint ihr, was die, was die, äh, Pedos, wenn die das herausfinden, dass Allah erlaubt, Kleinkinder zu heiraten? Wie sie in Scharen in den Islam konvertieren würden? Sofort! Ja. Um Kinder zu missbrauchen. Um Kinder auseinanderzunehmen. Legal! Es gibt keine Strafe! Ihr wisst ja, ne, das große, das Buch von dem Großgelehrten, äh, hier, Ibn Fodama, Al-Mukni, Wand 10, Seite 152. Es ist kein Problem, den Finger in die Pulver eines Kindes reinzustecken, die unter 8 Jahre ist. Schlimm. Es ist kein Problem, wenn eine Frau den PNIS eines Kleinkindes, das unter 10 Jahre ist, in sich einführt. Es gibt keine Strafe! Versteht ihr, was der Islam ist? Ja, diese Dinge sind in der Muslimischen Welt, in der Islamischen Welt, weites, weitläufig verborgen geblieben, weil eben diese Hadithe arabisch nicht übersetzt werden, damit eben, äh, keine Unruhe entsteht in den Islamischen, äh, Communities. Die werden schön unter den Teppich gekehrt. Wir reden ja nicht hier über kleine Namen, Leute. Ihr könnt ja mal googlen, wen ich gerade erwähnt hab. Ibn Fodama, eine der größten Autoritäten des Hanbalitischen Rechtsschule. Ibn Fodama, ein riesen dummer ist das der Typ. Er schreibt in seinem Buch Al Mughni, dass kein Problem ist, es gibt keine Strafe für einen Mann, der ein, der seinen Finger in die Pulver eines kleinen Mädchens... ...hörst du mich, Armin? Ich höre dich, ja. Ja, ich meine, wenn jetzt Mohamed die Aisha mit sechs Jahren geheiratet hätte auf dem Papier und gewartet hätte bis sie, was weiß ich, 14 ist, 16 ist, das wäre... Immer noch... Man hört sich ja. Okay, dass wir zwar immer noch nicht jetzt mit dem Maßstab jetzt hier weitläufig, weitestgehend kompatibel... Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Hallo? Ja. Hörst du? Ja. Aber es ist ja nicht so. Also, er hat sie mit sechs geheiratet und nur drei Jahre später, er hat nur drei Jahre gewartet, weil mit einer sechsjährigen direkt Geschlechtsverkehr zu haben, das ist ihr tot. Das zerreißt ja alles. Diese drei Jahre, das heißt, er konnte es eigentlich nicht mehr aushalten. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn er zehn Jahre noch gewartet hätte, bis sie 16 ist, dann kann man sagen, okay, der hat seine Sexualität nicht im Vordergrund. Aber bei dieser Sache mit zwischen Mohamed und Aisha ist die Sexualität von Mohamed im Vordergrund, weil er so schnell wie möglich Geschlechtsverkehr haben möchte mit diesem Kind. Sonst würde man ja länger warten, wenn man sagen würde, okay, ich heirate die, als sie später meine Frau wird, damit halt die Beziehung zu meinen Sahabas noch stärker zusammenwächst. Dann kann man ja auch warten, wenn die Sexualität nicht im Vordergrund steht, sondern, wie es wirklich heißt, Mohamed wollte eine stärkere Bindung zu Abu Bakr, also zu den Sahabas. Okay, dann warte zehn Jahre, weil du ein guter Mann bist, ein guter Mensch und nicht ein Kind missbrauchst, sondern ganz normal eben mit einer jungen Frau dann Geschlechtsverkehr hast. Dann würde auch keiner was sagen. Dann stimmt das, dass die ihre Beziehungen untereinander stärken wollten, Mohamed und Abu Bakr. Aber hier steht die Sexualität zu einem Kleinkind im Vordergrund, nicht im Hintergrund. Versteht ihr diese Differenzierung, ihr Lieben? Versteht ihr das? Er konnte nicht mehr länger warten, er konnte nicht mehr. Und so ein Neunjähriges ist ja immer noch ein Kleinkind. Aber er konnte nicht mehr warten, er konnte nicht mehr warten. Das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Ich würde ja am liebsten ein Video euch zeigen, aber dann werde ich sofort ihr gesperrt, wenn ich das zeige. Wie viele muslime Kinder heiraten. Klein, die sind riesig und die Kinder sind so klein, ihre Bräute. Haben wir das Video, was ich letztes geschickt habe, wo der 50-jährige Mann, dieses 6, 7, 8-jähriges Kind in der Hochzeitnacht mit dir schlafen wollte. Und das Kind wollte nicht und fliegt, also fliegt zu der Mutter in die Arme und schreit Mama, Mama aus. Und dann ist der Mann so am Ende, dass er sich Kalaschnikow holt und das Kind erschießen will, weil sie nicht mit ihm schlafen will in der Hochzeitnacht. Hast du gesehen bis zum Ende? Ja, habe ich gesehen. Da mussten mehrere Männer den zurückhalten, weil er so sauer war, dass das Kind von ihm abgehauen ist, dass er seine Kalaschnikow geholt hat und das Kind erschießen wollte. Was der Islam gemacht hat. Wie ab und tief ich den Islam verachte, das glaubst du gar nicht. Und jetzt kam ja auch schon zu Todesfällen. Letztens war ja auch ein Bericht über dieses jemenitische 8-jährige Kind, das verblutet ist in der Hochzeitnacht. Ja. Achtjähriges Kind. Zerrissen. Alles. Tot. Nach dem Vorbild von Mohammed. Das bringt der Islam über diese Welt. Das sind die schönen Früchte des Islams für diese Welt. Das hat uns noch gefehlt. Als ob die sündige Natur der Menschen, die so viele Probleme bringt, die auf dieser Erde nicht genug wäre. Da muss man noch eins draufsetzen mit dem Islam. Noch mehr Köpfe abschneiden, noch mehr Kinder missbrauchen, noch mehr Hände abhacken. Das hat der Kollege noch mit dazu gebracht in dieser Welt, Amir. Ja. Verstehst du, wen ich meine, welcher Kollege, dem es nicht genug Finsternis auf der Erde geben kann. Welche Glaubensgemeinschaft missbraucht Kinder im Geheimen? Wie los, Brüder? Ja, wie heißt das, also wie heißt das weitläufig, ganz normal? Wie heißen die? Wie die los? Ja, 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 klar, die Satanisten. SEX mit Kindern ist ein fester Bestandteil im Satanismus. Also ist der Islam purer Satanismus, ja, du hast recht. Natürlich! Islam ist Satanismus. Natürlich! Das muss man den Leuten mal erklären, richtig. Diese Parallelen. Von wem diese Religion kommt. Das ist den meisten Muslimen nicht bewusst. Die meisten Muslime denken nur an diese fünf Säulen des Islam. Dieses Beten, Gottglauben, Sakkat geben, Hatsch geben. Die wissen ja gar nicht über die 95 Prozent. Der Bestandteil von Islam ja gar nicht Bescheid. 95 Prozent des Islams, Amir, ist den Muslimen nicht bekannt. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Die halten sich nur an diese fünf Prozent, was ihnen gefällt. Und denken, das ist Islam, das ist alles. Fasten, Hatsch gehen, Glaube an Gott, Tauhid. Die denken, das ist Islam, das war es. Mehr gibt es nicht. Wie gefährlich der Islam für Menschen sein kann, die eine andere Glaubenslehre auch im Islam haben. Die bekämpfen sich aufgrund ihrer Glaubenslehre. Töten sich wahnsinnig wie Wahnsinnige. Die größten Opfer des Islams sind immer noch die Muslime selber. Die von ihren Glaubensbrüdern, die von ihren Glaubensbrüdern eben getötet werden. Weil sie eine falsche Arida haben innerhalb des Islams. Ja. Das ist dieses Teile und Herrsche. Teile und Herrsche. Das hat er mit dem sogenannten Traditionschristentum gemacht, der Satan, mit Katholizismus. Ja, ich weiß. Evangelikale und Katholiken. Also nicht Evangelikale, sondern die Evangelischen, die Protestanten. Die Protestanten und die Katholiken, ja. In Irland ist das so heftig, ne? Ja, ja. Christuslose Christen sind das, ne? Christuslose Christen. Ja. Da siehst du sofort, wenn es in einer Religion zwei Großteile bestehen und die sich gegenseitig feindlich gegenüberstehen, dass da ein Dritter sich kaputt lacht. Dass da ein Dritter, du weißt ja, du kennst ja das Sprichwort. Wenn sich zwei bekriegen, freut sich der Dritte. Wer ist denn dieser Dritte? Wer ist denn dieser Dritte, der sich freut? Im Hintergrund. Im Hintergrund. Was für ein Ton, ey? Kommt! Das kam gerade so schrecklich. Wir reden gerade über so ein Thema und dann kommt... Das ist mein Lieblingslied von DSDS, diese Frau da, die das Lied von Yvonne Katterfeld gesungen hat. Ja, ihr ist auch selber übel geworden, ne? Durch ihr eigenen Gesang. Ist ihr selber übel geworden, ihr ist umgekippt. Das musst du immer gucken, da auf DSDS. Wir müssen unseren eigenen Podcast machen. Das dauert nicht mehr lange. Und ich werde für uns einen Raum mieten, wo wir die Kamera aufstellen und den Podcast laufen lassen. Die Extreme Bots. Und dann wie bei Stefan Graf so Knöpfe machen, damit wir ihm was draufdrücken, damit ihm mal irgendwas angeht. Ja, ja. Nein, das Thema ist einfach viel zu ernst. Ja, ich weiß. Das fand ich spannend. Aber sonst würde man verrückt werden, bei diesem Thema. Man muss sich auch irgendwie abreagieren. Oh ja. Es gibt Menschen auf der Herde und nicht... Man hört dich nicht. Zu wenige davon, Amir. Ja. Amir, hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Rede weiter. Ja, ja, ja. Glaub es mir, wenn Mohammed die Aisha mit vier Jahren geheiratet hätte und mit ihr geschlafen hätte, wenn sie sechs wäre, würden die das immer noch verteilen. Ja, ich weiß. Selbst wenn der... Ressa! Ressa, der sieht ein Baby vor sich rumkramen und kriegt Heiratsgedanken, Ressa. Baby! Ich meine, da gibt es keine Grenze. Da gibt es keine Grenze, was die Leute bei Mohammed durchgehen lassen würden. Der könnte machen, was er will. Ob jetzt Aisha sechs wäre oder zwei. Und er hätte sich ja zu sich gewinnen mit fünf oder vier. Da würden die immer noch verteidigen und sagen, ja, vierjährige sind in Saudi-Arabien schnellreif. Weil die Sonne da stärker ist und wie eine Frucht schneller wächst bei der Sonne, so wachsen auch die Kinder schneller an dem Baum, an den Bäumen in Saudi-Arabien. Die sind früher reif. Als ob Kinder so ein Äpfel sind in der Sonne. Die würden es verteidigen. Hundert Prozent. Das heißt also, den Leuten ist es egal, wie moralisch verwerflich eine Sache ist. Wenn Mohammed sie tut, dann ist das gut okay. Weil er darf das. Er darf alles. Und sobald ein Mensch alles darf und seine Nachfolger, ihr Verstand und ihr Gewissen an den Nagel gehängt haben, handelt es sich hier um eine totalitäre Ideologie. Mit reiner Indoktrinationsabsicht. Das ist das. So wie man Nazi tut. Nazi im Dritten Reich, da haben die Leute gesagt, ja, die Befehle kamen von oben. Ich kann nichts dafür. Aber du hast doch sozusagen den Befehl gegeben Menschen zu töten. Ja, aber ich habe die Befehle von oben, über mir hat jemand mir den Befehl gegeben. Es tut mir leid, ich bin da raus. Nach diesem Prinzip läuft das. Dass der Mensch sein Gewissen abschaltet und sagt, jemand Höheres hat mir das gesagt. Tut mir leid. So lief das Dritte Reich. Die Nazi-Diktatur. Alle haben die Verantwortung auf den nächsthöheren geschoben. Und dabei erkennt man eben, dass es sich dabei um eine totalitäre Ideologie handelt, das den freien Geistesentfaltung eines Menschen nicht respektiert. Und das Gewissen des Menschen absolut ausschaltet. Ganz, ganz gefährlich. So funktionieren alle Diktaturen auf dieser Erde. Alle faschistischen, totalitäre Ideologien. Ob das jetzt der Pol Pot war oder Mao Zedong, die Kommunisten, die Roten Kmar, Stalin oder Adolf, der Islam. Und demnächst auch die totalitäre digitale Diktatur, die demnächst auf die Menschen hier im Westen zurollt. Dass der Mensch wie eine Art digitaler Zombie eingespeist ist in eine virtuelle Welt. Durch einen Chip, durch einen sehr intelligenten Chip. Und dass er so eine Art digitaler Zombie darstellt. Dass der Mensch dann entmenschlicht wird in dieser Diktatur, das bald kommt. Klaus Schwab, die vierte industrielle Revolution, kennen wir ja alle. Der hat das ja gesagt, die halten das gar nicht mal geheim. Die sagen das dann ganz normal ins Gesicht der Menschen. Was in der Bibel steht, Offenbarung 13, sagen die Satanisten, Klaus Schwab und so weiter, ja ganz normal. Und die arbeiten ja auch auf Hochtouren daran, diesen digitalen Diktatur so schnell wie möglich herbeizuzaubern und den sogenannten Neomenschen, Neomanus zu kreieren. Eine Art transhumanistischer Sklave, der digital entmenschlicht ist. Der digital funktioniert wie so eine Maschine. Das wollte auf die Menschen suchen. Davon haben die 99,9% der Weltbevölkerung keine Ahnung. Weil die Menschheit liest ja nicht die Bibel. Die Menschheit hat ja gar keine Ahnung, was die Prophezeiung in der Bibel sagt, was auf die Menschen zukommt. Und das wird sich alles erfüllen, ob der Mensch will oder nicht. Alles wird sich erfüllen. Jeder Vers in der Offenbarung wird sich demnächst erfüllen, vor den Menschen. Ob die Menschen schreien dagegen oder es zulassen. Die können nichts dagegen tun. Die müssen es einfach hinnehmen demnächst, wenn das auf sie zukommt. Das ist, wenn man sich mit dem Gott des Universums anlegt und die Wahrheit nicht sucht. Und das passiert dann. Auch die Muslime in Europa haben gar keine Ahnung, was mit ihnen demnächst passieren wird. Dass der Satan sie so zahlreich nach Europa, in den Westen reinholt, damit die demnächst hier für schlimmste Bürgerkriege sorgen. Die verstehen nicht, warum das alles so geschieht. Damit dann später aus diesem Chaos die neue Weltordnung der okkulten Machtelite errichtet werden kann. Das von Satan auf die, also diktiert worden ist. Mit 666. Jude gibt er wieder, die keine Ahnung. des satanischen Biest-System 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Und sobald sie diesen Chip an der rechten Hand angenommen haben, ist es auch schon vorbei mit ihnen, weil der Gott der Bibel sagt, wer das Mahlzeichen des Tieres an seiner rechten Hand annimmt, der wird für ewig in den Höllenfeuer geschmissen und der wird gequält werden Tag und Nacht und er hat keinen Raum mehr zur Ruße und zur Errettung. Da sieht man, dass die Muslime Opfer werden des Satans in der Bibel. Der Satan der Bibel wird die Muslime demnächst hier in Europa bearbeiten. Und nicht der Satan der Muslime. Den gibt es gar nicht. Sondern der Satan der Bibel wird die Muslime bearbeiten demnächst. Und der Gott der Bibel erlaubt es dem Satan, das mit den Muslime zu machen. Das ist die Richtung. Das ist die Reihenfolge. Letztes habe ich ja mit so einem Moslem gesprochen. Ich so, du weißt schon, dass da bald demnächst ein Chip kommen wird. Du wirst gechippt werden wie ein Tier. Und dass du überwachbar wirst. 24 Stunden ein Gläser an der Mensch. Da sagt die, ja und? Ist doch kein Problem. Wir haben sowieso schon Handys. Sie konnten uns sowieso schon beobachten durch das Handy. Da ist mir das doch egal, ob jetzt der Chip im Handy ist oder in meiner Hand. Das heißt also, die Menschen, diese Menschen, das sind schon willenlose Zombies. Jetzt schon vorbereitet für den Chip. Die haben überhaupt keine Selbstachtung, eine kritische Selbstachtung gegenüber sich selbst. Das ist ein Moment mal. Ich will nicht wie eine Kuh gechippt werden und überwacht werden. Die Chip-Implantierung, ne? Ja. Hat ja ein Moslem zu mir gesagt, ich werde den annehmen. Das ist okay. Wo ist das Problem? Das ist sowieso schon modern. Diese Bargeld und so weiter, sagt er, das ist so voll veraltet und so. Das ist so Quatsch. Außerdem kannst du nicht mal dein Portemonnaie verlieren. Da habe ich endlich meine Ruhe, sagt er. Aber versteht nicht die Tiefe dahinter, was eigentlich der wahre Plan dahinter ist. Ja, aber diese Dummheit, weil er eben dieses Gewissen in sich, was Gott uns gegeben hat, dass man sowas mit uns nicht machen darf, dass man uns nicht zu einem Tier machen darf. Nicht ernst nimmt. Die haben dieses Gefühl nicht mehr, Amir. Was es bedeutet, Mensch zu sein? Alle menschlichen Empfindungen entfremdet, sagt das Wort Gottes. Entfremdet den menschlichen Empfindungen. Und die Leute, die das System durchschaut haben jetzt, Amir, die versuchen dagegen zu rebellieren. Ja, ich weiß. Die raffen das ja nicht, dass sie nichts dagegen tun können, weil wenn sie einmal in dieses Biest-System, Versklavungs-Diktatur hineinkommen, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Weil sie eben den Retter vor diesem System, den Herrn Jesus, ja beiseite geschoben haben. Die haben ihnen ja nicht angenommen, dass sie gerettet werden können. Durch die, sie hätten ja rettet werden können, ne? Die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, durch die, sie hätten ja rettet werden können. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung. Damit sie der Lüge der Wahrheit, damit sie der Lüge glauben, ne? Ja, damit sie alle gerichtet werden, die wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Deswegen sendet ihnen der Gott der Bibel den Menschen, den Antichristen, dass sie verführt werden. Weißt du, wie viele Leute jetzt schon so aufgewacht sind auf dieser Ebene, dass sie wissen, oh, es rollt auf uns eine digitale Diktatur zu? Ja, durch Ernst Wolf und diese ganzen YouTube-Kanäle, die machen da sehr, sehr große Werbung, dass die Leute aufwachen. Ja, ja. Und die wollen sich dagegen wehren, als ob die was dagegen tun können. Das hat der Gott der Bibel schon längst bestimmt. Die Dicke, die können das aufhalten. Die wollen Gott aufhalten, Willa. Und das Schlimme ist ja, der Ernst Wolf zum Beispiel, der kennt ja diese ganzen Prophezeiungen. Und ich bin mir sicher an mir, dass er auch meine Arbeit kennt. Oder willst du mir sagen, dass er so naiv ist? Dass die Christen ihn nicht gewarnt hätten. Dass die Christen ihn nicht zum Beispiel meinen Vortrag gezeigt hätten. Das will mir doch keiner mehr erzählen. Dass Ernst Wolf, der sich nur mit diesen Themen beschäftigt, von morgens bis abends. Dass er meinen Vortrag nicht kennt, aber dass er darüber nicht spricht. Warum spricht er denn nicht darüber, über meinen Vortrag? Dass er sagen, ja, ich glaube es jetzt nicht, aber es macht auch sehr viel Sinn, so wie er das erklärt, aus der biblischen Sicht. Das ist auch interessant, so die Prophezeiungen, wie sie in der Bibel stehen seit Jahrtausenden. So über genau dieses Biest-System, diese digitale Diktatur, dass das schon seit 2000 Jahren in Offenbarung Kapitel 13 steht. Wieso redet er denn nicht darüber? Ja. Ach, das weiß der nicht, ne? Der ist so dumm, der kennt Offenbarung 13666 und sowas da nicht. So ein Typ, mit so einer Bildung, er kennt das nicht. Das klingt sehr, sehr komisch, ne? Das klingt für uns was komisch. Sehr verdächtig. Natürlich ist das verdächtig. Dieser Ernst Wolf, meiner Meinung nach, gehörte zu der Elite. Und tut die Menschen, die auf diesem Bereich langsam aufwachen, eine Schlaftablette verpassen. Dass sie dem Biest-System nicht entkommen. Weißt du, was er immer am Ende dieser Sachen, was er immer so präsentiert, in seinen Vorträgen? Also Löwen, Lösung. Ja, Silber kaufen. Silber und Gold kaufen, das ist die Lösung. Nur in dieser digitalen Diktatur zu entkommen. Was kann mir doch nicht einer sagen, dass der nicht involviert ist, der Mann. Dass er überall bei diesen heftigen Kanälen, die sehr viele Menschen erreichen, immer wieder eingeladen wird. Und dass er kein Wort über Offenbarung Kapitel 13 spricht. Und sagt, Leute, ihr müsst selber wissen, kümmert euch um die Bibel. Da ist auch einer, der heißt Reza Arapo, der hat schon auch einen sehr, sehr groß, umfangreichen Vortrag über dieses Thema gehalten. Mehrere. Schaut euch das an. Und meine Vorträge schlummern irgendwo im tiefsten Tiefen des Internets, bis jemand zufälligerweise, was heißt zufälligerweise, vom Gott geleitet auf diesen Vortrag kommt im Internet. Wer hat diese digitale Diktatur schon längst vorausgesagt? Das Biest-System. Du. Mit einem neuen Zahlungsdaten. Der Esel, ja. Vor 2000 Jahren, natürlich. Ja, natürlich. Jetzt springen die auf den Zug drauf, was der Herr vorausgesagt hat, und wollen sich als so kluge Darstände in die Zukunft gucken können. Amir. Die benutzen das, was der Herr vorausgesagt hat, was kommt, und dann tun sie so, oh, wir sind so schlau, wir können exakt so ermitteln und verifizieren das System, dass das System auf dieses transhumanistische Finanzsystem digitale Diktatur zurollt, also darauf zuläuft, hinausläuft. Ja. Nein, da steckt eine Methode dahinter an mir. Der wird ja millionenfach, ich sehe ja auch, ernsthaft, millionenfach wird der geklickt. Ja, ich weiß, seine Aufrufzahlen sind ultra, ja gut, die ganze Trüter-Szene, der ist ja, der ist ja ein sehr, sehr gewilltter Mann, und die ganze Trüter-Szene folgt ihm, ne? Ja, aber der warnt doch nur vor einem Komplex, was in Offenbarung 13 vorher gesagt ist. Warum kann er nicht sagen, das steht alles in Offenbarung 13, Leute? Die Bibel hat recht. Woher hat er das? Woher hat er diese Zukunftsprognosen auf diesem Gebiet? Mit einer neuen Weltwährung, wovon er immer redet, ernsthaft. Es wird eine neue Weltwährung auf die Menschen zukommen. Bargeld wird verschwinden. Es wird alles digital werden. Der Mensch wird gläsern werden. Wir rollen auf eine Diktatur zu. Woher wartet das? Ach so, Offenbarung 13 kennt er nicht. Dass es zu einer Diktatur kommt. Mit einem neuen Währungssystem. Das kann mir doch keiner erzählen. Die sind da am Fischen. Für den Satan. Leute, die eben in der Trüter-Szene sind, in der Wahrheitsbewegung, und meinen Vortrag nicht kennen, da kommt ein Ernst Wolf und fängt die ab. Und sagt, alles wird gut. Wir müssen zusammenhalten mit unseren Familien, mehr zusammen sein. Amir, wir müssen mehr mit unseren Familien zusammen sein, um diesem Biest-System zu entkommen. Mit Silber kaufen. Das kannst du keinem erzählen. So dumm. Ja gut, der kennt nicht die Tiefe des Teufels. Er weiß ja nicht, wie mächtig der Teufel hier auf der Erde ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist der Halsfaust dick hinter den Ohren. So dumm kann er nicht sein. Wieso ist er auf der anderen Seite so intelligent und weiß alles, was momentan auf der Welt los ist? Der kennt alle Hintergründe. Nur nicht Offenbarung 13? Nein, 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 nein. Das kannst du mir nicht sagen. Weil er auf der anderen Seite sehr schlau ist und sehr informiert ist. Wie kein anderer. Und ich bin mir sicher, dass er auch sogar meinen Vortrag kennt. Und er ist aber stillschweigend unter den Teppich kehrt. Aus einem bestimmten Grund. Diese Leute sind involviert, um in der Wahrheitsbewegungsszene zu fischen. Damit die Leute nicht errettet werden. Derjenige doch, Amir, der das vorhergesagt hat vor 2000 Jahren. Ja, wer kann denn so ein System 2000 Jahre vorher voraussagen? Oh Gott. Also ist er auch genauso der Retter, der das vor vorhergesagt hat? Ja, natürlich. Und der hat ja die Lösung. Bevor er als Idee im Kopf seines Vaters war, da hat der Herr Jesus 2000 Jahre vorher schon das Ganze durchgeplant. Und derjenige, der das auf die Menschen zukommen lässt, der bietet doch auch die Lösung an, oder nicht? Warum redet er denn nicht darüber? Aber das hat er vergessen, aus Versehen, Amir, ne? Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Die Christen haben dem nicht Bescheid gesagt. Offenbarung 13 und so weiter. Hat er noch nie geguckt, der weiß das nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Um Ernst Wolf. Aber es geht hier um den Finanzsystem-Experten Ernst Wolf. der medial überall gehypt wird. Und der profiliert sich mit den Prophezeiungen in der Bibel, bruskiert sich damit und erwähnt das nicht. Das ist Plagiat. Das ist er hier Urheber-Verletzung. Ja, vom Herrn. Ja, natürlich. Urheber-Verletzung. Urheber-Verletzung. Vom Offenbarung. Kapitel 13. Von der Bibel hat er das alles. Und er gibt das aber nicht ein als Urheber. Als Primärquelle. So ist das System hier auf der Erde. So läuft das ab. Ja, die Menschen verstehen einfach nicht, dass man sich dagegen nicht wehren kann. Egal mit was für Mitteln, egal mit wie sie es versuchen wollen, wie sie es drehen und wenden, ihr könnt doch nicht den Teufel bezwingen beziehungsweise auch Gott auffalten. Gott hat es bestimmt. Genau. Die Bestimmungen Gottes kannst du ja nicht aufhalten. Aber der weiß doch auch, dass ich in meinen Vorträgen die Lösung angeboten habe. Die Entrückung. Dass der Herr uns rettet vor dieser schlimmsten Menschheitsgeschichte, was auf die Menschheit zukommt. Vor dieser fatalen Entwicklung, das demnächst zukommt auf die Menschheit, hat der Herr ja eine Lösung vorbereitet. Er ist die Lösung selber. Ja, durch die Entrückung bewahrte er uns ja. Wenn du die Entrückung verpasst, dann ist es vorbei. Dann musst du da durchgehen. Er ist selber die Lösung, die Rettung, ja. Er erdrückt. Er evakuiert seine Leute vorher. Aber das weiß er nicht, ne? Und auch die anderen True Star, die kennen das alles nicht. Das hat sich nicht so rumgesprochen, mein Vortrag. Da in der Wahrheitsbewegungsszene. Ich habe doch in meinem Vortrag von A bis Z alles, alles offen gelegt. Alles. Es gibt keine Fragen mehr. Das Problem, die Geheimnisse offen gelegt und dazu noch die Lösung angeboten. Ja, aber die Lösung gefällt den Leuten ja nicht. Weil am Ende des Tunnels steht ja Jesus Christus da. Alles darf es sein, aber Jesus Christus nicht. Ja, aber es war doch Jesus Christus, der eben auch für morgen 13 das vorhergesagt hat. Ja, aber die möchten das nicht. Die wollen nicht Jesus Christus da stehen haben. Die wollen dann eventuell Donald Trump da stehen haben. Donald Trump. Das ist so, als wenn du ein Porsche kaufst an mir und du kriegst Probleme mit dem Porsche Motor, was nur der Porsche, also der Porsche Ingenieur feststens kennt den Motor, der das reparieren kann und du gehst nicht zu ihm, sondern bist die ganze Zeit am Beschweren, warum so ein Mechaniker von nebenan so dein Motor kaputt macht weiterhin bei der Fehlersuche. Und man sagt mal, ja Moment, weil derjenige, der das gebaut hat, der weiß es doch am besten, wo das Problem liegen kann. Nein, 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 nein. Das ist so ein arroganter Typ, der Porsche. Der kann das nicht. Der ist nur arrogant. Ja, die Turbine eines Flugzeuges an mir. Eine Boeing. Wenn da ein Problem in die Turbine kommt, geht man da mit zum Bäcker? Der Bäcker soll das lösen, weil er auch handwerklich so begabt ist, der Bäcker. Derjenige, der das gebaut hat, der weiß auch, wie das Ding funktioniert und wie man es zu laufen bringt. Derjenige, der vor 2000 Jahren das Biest-System, was auf die Menschheit zukommen wird demnächst, vorhergesagt hat, ist auch derjenige, der die Lösung für das Problem hat. Oder ist das nicht logisch, was ich sage? Ist das unlogisch? Nein, es ist absolut logisch. Ja, das ist die traurige Bilanz momentan auf dieser Erde. Letztens habe ich auf TikTok, Amir, vor ein paar Monaten, einen Muslimer gesehen mit Kopftuch, die da so zeigt, mit dem einen Auge ist es 666 und umgedrehtes Kreuz. Amir, eine Muslimer mit Kopftuch. Die sagt, guck mal, der Satan, das sind Satanisten, das steht so in der Bibel. Aber hat Kopftuch und ist Muslimer. Das ist der Gipfel der Verrücktheit. Die macht Werbung für die Bibel und ist Muslimer. Das war der Gipfel der Gipfel der Intelligenz. Das ist so, als wenn du, Amir, als Ex-Muslim Werbung machen würdest für islamische Prophezeiungen. Dass sie alle bald eintreffen werden. Kommt alle zum Islam. Und wenn wir die Prophezeiungen haben. Ich sperre mir den Rippen von Frauen. Ja, ja, komm. Ja, das ist wahr. Das ist alles wahr, Leute. Das ist alles wahr. Frauen haben Spermien, das in dem Rippen sitzt. Und wer zuerst kommt, wer zuerst den Orgasmus hat, dem wird das Kind edeln. Ja. Und wenn man dich fragt, Moment mal, Amir, warum bist du dann Ex-Muslim? Ja, weil ich gern Ex-Muslim sein möchte. Ja, weil ich den Islam nicht richtig finde. Amir, du warst ... Du machst den ganzen Tag Werbung wie es war. Und dann sagt man, warum bist du nicht an Osnabrück, wie es war falsch ist. Einfach machen Werbung dafür. Wie krank. Wie krank. Und so ist die gute Das ist genau so gleich wie diese Stimme da. Amir. Das ist genau so gleich. wählen. Diese Zeit, diese Zeit ist einfach nur pathologisch, pathologisch Zustand der Menschheitsgeschichte. Pathologischste Zustand der Menschheitsgeschichte. Lesa, Lesa, was hältst du davon? Der Hansi, ne? Du weißt ja, der hat ja einen grauen Bart gehabt, Lesa. Und der hat seinen Bart gefärbt. Du siehst ja immer, dass er seinen Bart auch immer so bügelt, dass er so richtig glatt so nach unten ist. Ich weiß, ich glaube, der bügelt den oder sowas, keine Ahnung. Aber das heftigste Grandion ist, der färbt seine grauen Barthaare mit schwarzer Farbe. Und Mohammed hat gesagt, derjenige, der sich die Haare schwarz färbt, der wird zur Hölle fahren. Ja. Ja. Ja, weil Mohammed eben den haben die hasst. Ja genau, der Mohammed hasst, den haben die. Ja. In allen Belangen, ne? In allen Belangen hasst er ihn, ne? Ja. den Prophet Mohammed hasst, haben die, aber haben die lieben Mohammed, weil der Mohammed ihn hasst. Das ist logisch, das ist rational. Ja. Sehr, sehr intelligent. Unglaublich, ne? Ja. nur solche intelligenten Menschen sind um uns herum. Hochgradig intelligent. Wobei, haben die glaube ich gar nicht mal so dumm ist. Der ist nur auch wieder vom Herzen her verhärtet. Der ist nicht so, also der ist gar nicht dumm, meine ich damit. Das war halt ja nicht das höchste Bewusstsein, wie jemand, der es wiedergeboren ist und den Heiligen Geist hat. Aber trotzdem ist der ja nicht dumm, der ist ja gebildet schon. Hast du gesehen, als du mit ihm nochmal geredet hast, wo er deinen Vortrag geguckt hat, da hat er sehr ehrfurcht gehabt vor dem, was du da gezeigt hast, ne? Ja. Da war der erst mal ein bisschen, da war der erst mal erstaunt, was du alles herausgefunden hast, ne? Einmal habe ich, zum ersten Mal habe ich den gesehen, dass der so klein war, als der mit dir dann geredet hat, nach dem Vortrag, deinem ILO-Vortrag, ne? Ja. Ja, was will der denn machen? Das ist, das ist doch die Wahrheit, Realität vor deinen Augen. Du kannst euch die Realität vor deinen Augen negieren. Da bist du doof, da bist du krank im Kopf. Aber es gibt Leute, die die Realität, Amir, vor ihren Augen nicht wahrhaben wollen. Ich habe mal ein Bild gesehen im Internet, wie ein Afghaner sein Esel ein BMW-Schild ein BMW-Schild auf dem Kopf, also Mercedes, dass dieser Esel nicht ein Esel ist, der will diesen Esel eigentlich nicht haben, der will einen Mercedes fahren, aber der kann sich kein Mercedes leisten, also macht der Mercedes-Stern auf seinen Esel, das heißt, der kann mit der Realität nicht umgehen, der kann das nicht wahrhaben, dass er ein Esel fährt und kein Mercedes. Der will aus dem Esel ein Mercedes machen und denkt, wenn er diesen Mercedes-Stern auf dem Stirn des Esels drauf tut, dass der Esel plötzlich ein Mercedes wird. Ja. Ja, genau. Außerdem, dieser Burak Amir, der Flügel hat, was der Mohammed ja erzählt, ja, genau. Weißt du, dass das eine Dingens ist, eine Kopie? Das hat er auch gestohlen aus der Bibel, denn wir wissen ja, dass wir von Offenbarung, Kapitel 19 war das, glaube ich, dass wir zurückkommen werden mit dem Herrn Jesus auf Pferden. Verstehst du, das sind Engelwesen, Cherubim, Cherubim, die eben auch Flügel haben, auf denen wir sitzen, zurückkommen. Das hat er da von denen von Offenbarung genommen. Das ist das Originale Star drin. Ja, aber seins war doch ein Maultier, der hatte komische Klauen, also das war so ein Monstermann. Ja, so eine Art Maultier, das Flügel hat und vom Himmel fliegen kann und zurück. Und das sind eben solche Tiere, solche Cherubimwesen aus der Bibel, aus der Offenbarung. Ja, aber wie kann das denn sein, dass der Engel Gabriel auch auf diesem Boga-Kampf fliegen ist? Ist Engel Gabriel nicht in der Lage genauso schnell zu fliegen? Ja, nein, natürlich, das ist alles falsch, aber die Idee, dass es solche Wesen gibt. Verstehst du, Amir? Ja. Allein die Idee, dass es solche Wesenheiten gibt. Ach. Das hat er ja von der Offenbarung, von der Bibel. Auch das ist gestohlen, wollte ich sagen. Die Idee, dass man auf einem Wesen reitet, vom Himmel und so weiter runter, hoch, das ist eben Offenbarung. Wo der Herr Jesus mit uns allen zurückkommen wird, vom Himmel herunter, um Israel zu retten, am Ende der Apokalypse. Es ist alles nur geklaut, eh, oh, eh, oh. Das ist alles gar nicht meine, eh, oh. Es ist alles nur geklaut, eh, oh, eh, oh. Ja, deshalb hast du ja das mitbekommen, dass der Mohammed in Suche 3, Vers 161 so beschuldigt wurde, Unterwäsche geklaut zu haben. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, 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 das kenn ich. Die Muslime beschuldigen, den besten Menschen der Welt unter uns geklaut zu haben. Er sagt. Ja. Und dann kommt Allah nicht auf die Idee, den wahren Täter dahinter zu offenbaren in seiner Allwissenheit. Nein, er sagt einfach, das war nicht Mohammed. Kannst du dir vorstellen, dieser Bitte. Ja, der Zivir hat ja mit jemandem so debattiert. Am Ende hat er den Islam verlassen, ne? Ja. Ehrlich? Es ist voll laut bei dir, Mann. Was machst du da? Läser? So sieht's aus. Es wird eine schöne Zeit auf die Menschen zukommen demnächst, die nicht errettet werden. Warte, warte. Damit darf ich in Schweinfurt leben. Ja, natürlich. Du musst nur, wenn du in Schweinfurt lebst, musst du halt viel, viel Schweineborsten dann abkratzen. Ja. Geh nochmal raus und rein, ich hab dir... Ami, hörst du mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Heute ist die Verbindung auch wieder gut, ne? Was war denn jetzt los mit dem anderen, oder da? Ami, grüße, Gottes Segen. Gottes Segen, auch dir, mein Lieber. Segen sich und deine Familie. Dankeschön, Ami. Deine Familie. Ami, ich hab ein neues Buch gekauft. Das Buch heißt Achbar Mekka. Kennst du dieses Buch? Achbar Mekka? Ja, das ist das älteste erhaltene Werk über die Geschichte von Mekka. Es gibt nichts Älteres. Und dieses Buch wird auch an der Universität in Islamschulen gelehrt. In diesem Buch auf Band 1, Seite 200 steht, dass die Kaaba früher eine Kirche war. Und dass da Bilder von Jesus und Maria da rein sitzen. Und das verschweigen uns die Muslime, dass die Kaaba eigentlich eine Kirche war. Die wurde später von den Götzendienern erobert und dann wieder von Mohammed. Und Mohammed selber war in der Kaaba drin und hat das Bild von Abraham dort hängen lassen. Ja, und das Bild von Jesus auch da drin, hat er in Sibir bewiesen. Ja, richtig. Das hat er bewiesen. Und ich habe durch Sibir dieses Buch mir bestellt. Und es geht ja noch weiter. Wenn du das dann komplett liest, ist auch dann die Biografie von Mohammed. Der hat ja Khadija geheiratet. Sie war Christin. Khadijas Vetter, Waraka, der war ja der höchste Priester in der Kirche von Mekka. Wo die uns immer erzählt... Er ist der Erfinder des Islams. Er ist der Erfinder. Wo er gestorben ist, wollte Mohammed, das hast du ja sehr oft erwähnt, sich umbringen, weil sie an deine Offenbarung aufgehört haben und und und. Aber ist jetzt egal. Gehen wir in der Biografie von Mohammed zurück und gucken, wie er geheiratet hat. Waraka, die haben ja in der größten Kirche in Mekka geheiratet. Waraka, die Zeremonie durchgeführt. Waraka war Priester, seine Frau war Christin, die haben in einer Kirche in einer Zeremonie geheiratet. Wenn du in einer Kirche als Christ heiraten willst, musst du auch getauft sein. Also war Mohammed der erste Ex-Christ, der dann Muslim geworden ist. Ich habe das gestern in meinem Livestream komplett mit allen belegen, auch mit dem Buch Ibn Ishaq und auch seine Biografie und und und. Da habe ich alles dargelegt, dass Mohammed nur Christ hätte sein können. Der hätte nie in einer Kirche heiraten können als kein Christ. Vor allem zur damaligen Zeit. Er durfte das ja nicht. Ja, er durfte nicht. Und Waraka war ja dieser Sektenanhänger, die die Gottheit von Jesus Christus geleugnet haben. Und daher hat Mohammed Ja, Leute, wenn ihr das hören wollt, ich mache heute Abend einen Stream wieder. Ich mache ein bisschen Werbung. Eine Stunde mache ich immer einen Stream oder mache ich heute wieder das Thema. Dann zeige ich alles. Ja, Mohammed war Christ. Das erzählen du das. Das steht in den eigenen Büchern. Das ist so peinlich. Häftiges. Häftiges. Ja. Ja, und deswegen hat Mohammed auch seine falsche Lehre, dass Jesus nur ein Mensch war. Das hat er von seinem Vetter, von seiner Frau, Waraka. Da sage ich es doch an Waraka eben Naufall. Er hat ihm alles beigebracht. Und er war auch der Streiter des Korans. Warum sollte sich den Mohammed umbringen, weil er jetzt stirbt oder was? Nein, da steht, die Offerbarungen haben für eine Weile aufgehört, weil Waraka eben Naufall starb. Ja. Das ist heftig. Das ist Wahnsinn. Waraka war Nestorianer und Ebioniter. Also seine Frau war Ebioniterin. Der andere Priester, der dabei war, war Nestorianer. Und wie gesagt, die Sekten gibt es nicht mehr, weil das irre Lehre waren. Aber ja, eine christliche Sekte ist geblieben, namens Islam. Das ist nur eine christliche Sekte. Echt? Ja. Um wie viel Uhr? 21 Uhr. Zeige ich heute alle Quellen wieder. Auch wo Waraka gestorben ist und er sich umbringen wollte. Das war ein Unitarier, richtig. Das war eine absolute Irrelehre. Man kann die Wunder von Jesus Christus und seine Herrlichkeit nicht als menschliche Eigenschaft nehmen. Das geht gar nicht. Kein Mensch kann so sein. Das ist unmöglich. Nur, nur, dass er sündenfrei war und auch keine sündigen Gedanken hatte. Es gibt keinen Mensch, der so ist. Das geht gar nicht. Das Wort Gottes ist ein Teil von Gott. Also ist Jesus Gott fertig aus. Das ist gar nicht diskutabel. Das Wort von Gott ist ja nicht unabhängig von Gott, sondern immer mit ihm zusammen. Das Wort erschafft er ja alles. Richtig. Amen. Momo, der Ex-Christ. Ja, ist so. Ist so. Christian Prince hat das bewiesen. Ich habe mir die Bücher gekauft, damit das keiner leugnen kann. Also da steht wirklich da, ne? Achbar Al, Achbar kann. Amir, du hängst oder ich hänge? Einer von uns beiden hängt. Ja, da steht wirklich drin. Ich hänge. Ja, da steht wirklich drin. Das Buch heißt Achbar Mekka. Ja, Achbar Mekka. Ich habe das mal in die Kommentare geschrieben, wie das Buch heißt. Das heißt Achbar Mekka. Ihr könnt das mal auch bei Wikipedia eingeben. Da steht auch drin, dass das älteste erhaltene, das älteste erhaltene Geschichtsbuch ist zur Stadt Mekka oder zum Gebiet Mekka. Achbar Mekka, ja. Es gibt nichts Älteres. Und wie gesagt, die nehmen das auch für die islamische Geschichtsschreibung, das Buch. Und da steht drin, dass die Kaaba eine Kirche war. Die wurde dann von den Götzendienern obert. Ach, nicht zu danken, Leute. Kommt. Was, ein Bildbruder? Ja, ein Bruder hat für mich das Bild erstellt. Ja, Momo war Christ, richtig. Momo war Christ, weil du kannst nicht in einer Kirche, in einer... Auf der Seite. Wie bitte? Amir, du hängst, man hört dich nicht. Bande 200 steht das drin, falls jemand wissen. Man kann sich das Buch als PDF auch kaufen. Ja. In der sechsten Ebene waren dann die Bilder von Jesus drin. Ist das Buch auf Arabisch? Das Buch ist auf Arabisch, gibt es aber auch auf Englisch. Mohammed, der Ex-Christ. Leute, siehst du, was aus Ex-Christen wird? Werdet keine Ex-Christen. Bleibt bei Jesus. Leute, habt ihr vorhin diesen Risk-Debater gehört? Wenn ihr euch Interviews anguckt, Amir, du bist wieder da. Okay. Ja, ich bin ihr. Der Risk-Debater, der vorhin das mit der Eiche verteidigt hat, ja, wenn du dir Interviews anguckst, anguckst von Pedos, die ihre Taten versuchen, recht zu fertigen, das sind eins zu eins dieselben Argumente, die Muslime bringen. Wahnsinn, ne? Das ist eins zu eins dasselbe. Sie wollte es so, sie war doch reif, und das eins zu eins dieselben Argumente. Ich habe da mal ein Video gemacht, so ein Vergleichsvideo. Ich habe Muslime auf TikTok aufgenommen, wie die das verteidigen und ich habe diese Interview eingeblendet von Pädophilen, die das verteidigen. Und du wirst sehen, das Video kommt bald raus, du wirst sehen, dass es eins zu eins dieselben Argumente sind. Da gibt es keinen Unterschied. Das sind also Verteidiger von Pedo, oder? Ja, es gibt keinen Unterschied von den Argumenten. Kein einziger Unterschied. Das ist so krank an mir, das glaubst du gar nicht. Das tut mir so im Herzen weh, wenn ich sage, du war reif. Das geht gar nicht. Ich will jetzt nicht das Thema aufmachen, mir ging es um Achbar Mekka, dass die Christen immer die Quellen haben. Das ist ja ein YouTube-Kanal. Ich habe keinen YouTube-Kanal, ich habe nur diesen TikTok-Kanal. Ja. Oh. Ist mir gut. Und noch was, ne? Ohne Bibel würde es kein Koran geben, weil immer wenn du was am Koran kritisierst, rennen die zur Bibel. Was wäre, wenn es keine Bibel geben würde, Armin? Dann würde es kein Koran geben. Ich habe gar nicht gesagt. Ja, Wahnsinn, ne? Egal, was du sagst. Ich habe jetzt die Bibel auch. Okay. Bis gleich. Das ist geil. Leute, macht bitte 500k voll heute. Sehr gut. Alle teilen und liken. Muss sie mir sagen. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Danke, Leon, für das Herz. Ihre eigenen Geschichtsbücher sagen genau das Gegenteil. Leute, tipico. Ja, wir Christen werden bald eine eigene Islamschule gründen. Haben die Fidre da. Guck mal, Giuseppe, die sagen, Adam war Prophet, ne? Aber Adam war der erste Mensch, der mit Gott im Paradies gelebt hat. Für wen war Adam ein Prophet? Und was hat Adam prophezeit? Gottes Segen, Alessio. Frag mal, wenn jemand sagt, Adam war Muslim, sagt, er war mit Gott im Paradies alleine, für wen war er ein Prophet? Für welche Menschen? Er hat sich eigene Prophezeiungen gegeben, oder was? Oh Mann, die sind so peinlich mit ihren Argumenten. Du brauchst kein Wissen, um diese Argumente zu widerlegen. Du brauchst einfach nur ein Gehirn mit mindestens eine IQ von 50. Ich mach gleich, ich komm. Ich mach gleich. Für Kain und Abel, ja, aber sie waren ja noch nicht da. Eva war auch nicht noch nicht da. Adam war ja der erste, er war ja die erste Zeit Gottes Segen Jakobus. Er war ja zuerst alleine. Also wie gesagt, welche Prophetie hat Adam gebracht und für wen war er ein Prophet? Und welches Buch hatte Adam? Ali Gemüse in Landeike war doch auch Prophet. Er prophezeit jeden Tag nur Gemüsepreise. Eva steht nicht im Koran. Er macht alles auf und zeigt Danke Arundita. Gott segne euch alle. Adam war ein Sünder wie wir. Leute, wenn ich euch nur zeigen könnte, wie die im Koran mit Absicht falsch übersetzen, ihr würde, eure, bist du, nein, ich bin kein Ex-Muslim, nein, ich bin immer Christ gewesen. Ich könnte euch in meinem Stream zeigen, wie die im Koran, Diana, ich wollte eigentlich nicht über private Sachen reden, aber ich kann euch in meinem Stream zeigen, wie die im Koran mit Absicht falsch übersetzen, um die Gottheit von Jesus Christus zu leugnen. Die übersetzen eindeutig falsche Sachen im Koran. Im Koran zum Beispiel gibt es eine Suche, da steht, dass Jesus das Zeichen der Endzeit ist. Also am Tag des Jüngsten Gerichts ist Jesus das Zeichen. Das steht auf Deutsch. Aber im arabischen Original steht, dass Jesus die Zeit kennt. Wie wir Christen sagen, Jesus kennt die Zeit der Stunde und im Koran steht, dass nur Jesus die Zeit kennt. Aber die haben diese Stelle mit Absicht falsch übersetzt. Weil im Koran steht auch, dass nur Allah die Stunde kennt. Und auf einmal sehen wir, dass auch Jesus die Stunde kennt im Koran. So lügen diese Menschen. Bist du Araber? Nein, ich bin kein Araber. Ich bin selber Migrant, Leute. Wenn er immer Christ ist und war dann Obern kein Türke sein. Kannst du Arabisch? Schlecht, Basics. Ich lerne gerade. Layla, ich lerne gerade Arabisch. Ich möchte auf jeden Fall die islamischen Bücher studieren. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt Akbar Mekka. Kommt heute 21 Uhr zu mir im Stream. Ich zeige euch das. Ich zeige das den Muslimen, aber sie leugnen eh alles. Das ist unwichtig. Woher? Gregor, ich will nicht darüber reden. Ja, Salam. Ja, Sünden frei. Jesus kommt auch als gerechter Richter und Herrscher zurück auf die Erde für die Muslime. Und Allah sagt im Koran, dass nur er gerecht ist. Und Jesus kennt deine ganzen Sünden im Koran und er kann das Unsichtbare sehen. Ich freue mich schon drauf. Ja, bitte Leute, kommt. Without lies Islam dies. Das ist so. Leute, tipico, jetzt tipico. Sehr gut. Du hast gelernt, oder? Urban der Zweite. Ja, Urban der Zweite lernt. Ich kann Arabisch. Super, Sheikh Azad. Das würde mir helfen, wenn du Arabisch kennst. Urban der Zweite. Wie lange bist du schon dabei? Wie lange kennst du mich schon? Ich? Oh, ewig, ich kenne dich. Ewig. Ich kenne dich. Meine Schwester hat mich auf dich aufmerksam gemacht, aber noch, wo du auf YouTube warst. Hä? Damals habe ich dir nicht so ganz geglaubt, muss ich dir ehrlich sagen, am Anfang. Ich dachte, er macht das wirklich nur für Klicks, aber dann habe ich gesehen, wie weit. Bei so einem ernstes Thema, bei sowas brauchst du nicht Klicks zu machen, glaube ich mir. Amir, ich wusste es nicht. Ich kannte nichts über den Islam. Ich kannte wirklich nichts. Ich wusste nicht. Ich wusste auch nicht, dass sie so drauf sind. Ich bin nur durch dich zu diesem Thema gekommen. Wirklich nur durch dich. Mehr nicht. Hält dich. Dann du auch warst du schon immer ein Christ oder bist du dann Christ geworden? Oder wie ist deine Geschichte? Was sei so, Namenschrist, ja. Okay, also du bist, was bist du? Aramea, Armenier, was bist du? Armenier, Armenier. Armenier, okay. Aber ich bin lange in die Kirche gegangen, aber uns wurde das nicht so beigebracht, dass wie wichtig Jesus ist, was Jesaja ist. Ich kannte die Sachen noch nicht. Ah, okay. Also einfach ein geborener Christ, der nichts mit Jesus zu tun hat. Genau, genau. Wie gesagt, deine Arbeit ist so wichtig. Das glaube ich. Ich war das erste Mal, wo ich bei dir war, habe ich dir erzählt, dass einige Muslime in meiner Umgebung wegen dir zu Christen geworden sind. Dann habe ich dir gesagt, Amir, wenn du wüsstest, was du ausgelöst hast, hast, ja? Arschlöger, danke. Ich hab den, 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 Urban II. Lies bitte den Leuten Offenbarung 3,8 vor. Guck, was der Herr gegeben hat, was auch diese, was ich euch erzählt habe. Sie, ich hab die eine Tür geöffnet und niemand vermag sie, sie zu schließen. Du hast eine kleine Kraft bekommen, weil du meinen Namen nicht verleugnet hast vor den Menschen. Ach, äh, wir haben hier bei uns eine kurdische Familie, Der Bruder ist, äh, der ältere Sohn ist wegen dir Christ geworden. Aber hat das seine Familie verheimlicht? Irgendwann kommt seine Schwester zu ihm und sagt, ich träume die ganze Zeit von Jesus. Halleluja. Und dann hat er seine Familie gebeichtet und jetzt ist die ganze Familie zu Jesus gekommen. Eine komplette Familie wegen dir. Halleluja. Devo, du würdest das nicht machen. Das, was auf TikTok gerade passiert, hat er mit dir angefangen, ne? Ich bin auch Kurde, sehr schön, Schech. Ist das zu fassen, ey, weißt du, wie, deswegen sage ich, wisst ihr, wie viele Leute zum Glauben gefunden haben durch diese Arbeit. Das ist ja ungeglaublich. Die Menschen, die nichts mit dir so zu tun haben, sind wieder umgekehrt. Leute sind Atheisten, haben sich auf einmal angefangen mit Bibeln zu beschäftigen und so. Ja. Wie ein Erdbeben. Alle Ehre gefährden Jesus, ey. Das war wie ein Erdbeben. Wahnsinn, ne? Ja. Auf einmal fragt ihr da, ja, wo kriegt man eine Bibel, welche Bibel soll ich lesen, wo soll ich anfangen? Die Fragen hat sich die Jugend doch noch nie gestellt. Früher hieß es nur, welche Disco, ja, welche Uhrzeit und wen nehmen wir mit? Und auf einmal fragen die Leute, soll ich erst Johannes lesen oder soll ich Markus lesen? Beste, Beste, Herrliche. Ja. Ist das wundervoll, ey. Ja, siehst du, das gibt mir auch wieder Kraft, so weiterzumachen und immer dran zu bleiben, niemals aufzugeben. Nee, niemals. Und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wie gesagt, ich fühle mich... Immer, immer, damit das in unser Kopf eingebrannt ist, ne? Ich habe mir jetzt die ganzen Bänder von Sayy al-Bukhari bestellt, dass ich die auch zu Hause habe, weil Muslime sagen, der Sunna.com lügt. Aber ich werde jetzt Bukhari und Muslim, die Bänder kaufen, die habe ich dann zu Hause und dann sollen die mal in ihren eigenen Büchern lesen, wenn die sagen, ich lüge. Sehr gut. Heute war ein Muslim, der sagt, wir sind Menschenanbeter. Ich war heute kurz live zu einer Mini-Debatte. Dann habe ich ihm Taimiyah gezeigt und gesagt, na, wer betet jetzt einen Menschen an? Ich oder du? Ist Allah jetzt außerhalb seines Schienbeins oder ist er in seinem Schienbein? Wo ist Allah? Ist Allah eins oder zwei? Ja, da war aber Ruhe. Da waren wir doch keine Menschenanbeter mehr. Dann war ich wieder ein Hetzer. Dann bist du auf einmal ein Hetzer. Hetzeria. Dann bist du auf einmal ein Hetzer. Hetzeria. Dann bist du auf einmal ein Hetzer. Hetzeria. Oder 90 Bücher. Studier mal Bukhari und dann fangen wir mit Muslimen an. Das findet kein Ende. Wahnsinn. 600.000 Adise. Die sagen, der Koran ist eindeutig geschrieben. Aber warum brauche ich 400 Tafsir-Gelehrte, 3000 Tafsir zu jeder Suche? Dann muss Bukhari 80 Bücher schreiben, um den Koran zu erklären. Da gibt es noch eine Schar und Fatalbari zu Bukhari, also eine Erklärung für die Erklärung. Ja, genau. Schar. Aber was ist da eindeutig, bitte? Was ist da eindeutig? Ja, der Ibn Hajar Al-Azgalani hat sich die Mammutaufgabe gemacht, Sahi Bukhari zu erklären. Das ist ein Fatalbari. Ich schaffe Sahi Bukhari. Er sagt in Fatalbari, dass Aichi ihre Periode mit 15 noch nicht hatte. Ja, genau. Band 13, Seite 143. Oder? Ja, es gibt noch eine andere Stelle. Band 10, Seite 544. Bei Fatalbari von Ibn Hajar steht, dass Aichi mit 15 noch mit Puppen gespielt hat. Dazu gibt es ein Rechtsgutachten. Und das sagt, somit hätte sie noch nicht ihre Periode gehabt. Einfach auswendig, ja. Fatalbari Band 10, Seite 544. Kann ich euch in meinem Stream zeigen. Da steht eindeutig drin, dass sie mit 15 noch mit Puppen gespielt hat. Ja, sie hatte mit 15 noch keine Periode. Das ist eine absolute Lüge. Und sie selber sagt in einem authentischen Hadith, dass sie mit 9 noch mit Puppen gespielt hat. Wenn sie mit 9 noch Puppen spielt, war sie nach islamischem Recht noch nicht erwachsen. Dazu gibt es sogar eine Fatalbari und ein Rechtsgutachten von der Al-Asra Universität. Oh, ein richtiger Lerner. Ach, die Leute, hört auf. Ich bin ein Niemands. Alle europäischen Länder werden bald Scharia einfüllen. Ja, das kann passieren, ja. Deswegen muss man aufklären, dass die Leute wissen, dass Scharia auch Kinderehe beinhaltet. Einfach nur. Was passiert? Nichts, gar nichts, nichts. Ich habe dir nur gesagt, Fatalbari Band 10, Seite 544 steht das auch drin, dass sie mit 15 noch mit Puppen gespielt hat. Ach so, genau. Da erklärt der Ebenhajad Al-Azgalani das nochmal ins Detail, mit der Schlacht von Tabuk. Ja, ja. Weil sie da immer noch mit Puppen gespielt hat. Und die Schlacht von Tabuk, muss man die Zeitrechnung dann machen. Das ist dann sieben Jahre später. Also muss sie mit 16 ungefähr ihre Menstruation gehabt haben. Wahnsinn, ne? Dazu gibt es sogar ein Rechtsgutachten. Extra für diese Stelle hat die Al-Azgalan auf der Internetseite ein Rechtsgutachten rausgegeben. Nur aufgrund von dieser Stelle, die wir gerade genannt haben. Das habe ich zu Hause mit Fatwa-Nummer. Dass die Universität, die eindeutig sagt, ja, sie hat mit Puppen gespielt und deswegen war sie nach islamischem Recht noch nicht vorherig. Seht ihr, seht ihr, ihr Lieben, Mohammed hat wirklich ein Kind angefasst. Mohammed konnte nicht mehr abwarten. Heftig, ne? Nein. Wie gesagt, die Gelehrten haben sich mit dieser Stelle auseinandergesetzt, haben ein Rechtsguturteil geschrieben und jetzt kommt ein Muslim zu dir und sagt, Amir, du Lügner. Ja, weißt du noch, als ich mit diesem komischen Freak debattiert habe, wie heißt der Typ da, Liebe zum Karada. Da sagt er, Ibn Hajar hat Fehler gemacht, schau dir den an. Wie frecht man sein muss als Muslim, sowas zu behaupten. Unglaublich, ein Großgelehrter und dann kommt so ein Pipi-Furz wie er TikTok-Account erstellen und macht einen auf Imam. Heftig, ne? Ja, noch nicht studiert, keine Arbeit. Noch nicht studiert, keine, kein Titel, nichts und fängt an zu lehren und zu erzählen. Das musst du dir geben. Ja, der Typ, den du gerade genannt hast, sowieso eine Katastrophe. Ich zitiere seinen Gelehrten, wo er seine Klappe halten muss und dann sagt er, er kann auch Fehler gemacht haben. Genau wie haben die. Ibn Kathir ist auf einmal ein Idiot geworden. Merkst du? In islamischen Ländern dürfen die sowas gar nicht sagen. Die werden sofort ein Kopf kürzer für sowas, wenn die ihre Gelehrten angreifen. Ihre Gelehrten sind heilig. Ja, und Aisha wurde von ihrer Mutter gemästet. Ihre Mutter hatte Angst, weil sie körperlich unterentwickelt war. Sie wurde gemästet. Nachdem der Prophet sie mitgenommen hat, hatte sie psychologische Probleme, ihre Haare sind ausgefallen. Sie wurde krank, ihre Mutter musste kommen, sie pflegen, dass alle steht in den Hadifen und die kommen und sagen, sie war geistig und körperlich reif. Es gibt keinen einzigen Hadif, der mir einen Muslim bringen kann, wo steht, dass sie körperlich reif war. Es gibt einen Hadif, das ist Sayy al-Bukhari 467, da steht im Englischen, in der englischen Übersetzung steht, dass Mohammed sie abgeholt hat, sie ihre Periode hatte. Da steht in einem einzigen Hadif, aber nur auf Englisch. Auf Arabisch, wenn du den arabischen Text nimmst, steht da kein Wort von Periode. Da steht, Aisha wusste nicht, was mit ihr geschieht. Also selbst in der Übersetzung haben die eiskalt gelogen, um den Menschen, die das lesen, in die Öre zu führen, um denen einfach zu zeigen, dass sie ihre Periode hatte, wo sie abgeholt wurde. Genau. Ich glaube, das ist Sayy al-Bukhari 467. Ich will jetzt nicht lügen. Ja. Nicht, wie kann man das antun, das ist ja schon geschehen, aber wie kann man das verteidigen? Und wie kann man aufgrund dieser Sache bis heute noch Kinder verheiraten? Und wie Amir es meinte, dass Kinder auch verbluten, das stimmt. Das stimmt. Das könnt ihr im Internet suchen. Wie gesagt, ich habe die ganzen Quellen zu Hause. Alles authentische. Ich habe nämlich nur Quellen, die Sahy sind. Kein Mädchen ist mit sechs Jahren reif. Mit neun genauso. Und das Schlimme ist, die sagen, woanders gibt es auch Kinder, wenn zwei 13-Jährige heiraten, kann man das irgendwie noch irgendwo einordnen. Aber wenn ein, damals, der als er die Ehe vollzogen hat, war der 57 Jahre. Also wenn ein 57-Jähriger die Ehe mit einer 9-Jährigen vollzieht, stellt euch einfach nur dieses Bild vor. Entschuldigung! 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 Vielen Dank. Leute, wenn ihr Fragen habt, solange Armin weg ist, könnt ihr mir auch Fragen in den Chat stellen. Ich versuche zu antworten. Wenn ihr spezielle Quellen habt, was sucht. Armin, Bruder, was geht? Beidam, du bist doch Christ geworden, glaube ich. Oban, hast du Joker gesehen? Ja, ich kenne Joker. Ja, aber das sind psychisch kranke Menschen. Mit den Tierpropheten? Nein, kenne ich nicht. Letizie an. Das ist ein neues Video. Nein, was ist ein neues Video, Crusade? Was hat er? Also, ich glaube nicht, dass in der EU Scharia kommt, aber natürlich bestätigen wir. Gottes Segen, Sifu. Ja, wir Christen haben in der Scharia noch eine Wahl. Wir können Jizia zahlen und als unterdrückte Menschen leben. Aber jemand, der an gar keinen Gott glaubt, der hat ein Problem in der Scharia. Der muss sofort. Guck mal, Crusader, du musst darauf eingehen, wie die Juden damals gezählt haben. Die Juden haben die Tage einzeln gezählt. Das kann ich dir gerne in meinem Live erklären. Wie gesagt, der lügt. Die lügen alle. Die haben den Tag auch mitgezählt, den angefangenen Tag und, und, und. Wie gesagt, das ist nur ein billiger Scheinargument. Ja, habe ich noch geschrieben. Ja, gut, das ist egal. Guck mal, die wollen deine Antwort gar nicht hören. Das interessiert sie nicht. Die kennen auch die Antwort. Die wollen einfach nur Lügen verbreiten, wie gesagt. Aber ob drei Nächte oder drei Tage, das kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was in ihren Schriften steht mit kleinen Kindern und Babys. Ja, natürlich, das Krono. Natürlich. Wie Lesch, der Rapper, meinte, dass das Grundgesetz eigentlich durch die Scharia ausgetauscht werden sollte. Ja, die kennen die Scharia nicht. Ihr könnt euch mal den Pakt von Umar durchlesen, dann seht ihr mal, was Scharia bedeutet. Bruder, Peggy, die nehmen dich eh nicht hoch. Wie gesagt, hochgehen, da lohnt sich nicht, du wirst gestummt. Die hören dir nicht zu, die wollen keine Antwort von dir. Die reißen Sachen aus dem Kontext, legen die Bibel aus wie den Koran, aber die können nicht mal Bibel lesen. Wie gesagt, das ist irgendein arbeitsloser Typ, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und hetzt. Den brauchst du nicht ernst zu nehmen. Wie gesagt, die muslimische Dauer hier hat auch kaum noch Zuschauer. Guck mal, der schreibt La, Le, Ilai, Ilaha. Wer ist denn Ila? Weiter, schreibt mal, wer Ila ist. Wieso muss Gott sagen, es gibt keinen Gott außer Gott? Warum muss Gott das sagen? Warum lügt ihr schon in der Schahada? Genau, der Koran ist nicht mal chronologisch geordnet. Und im Sahih-Muslim steht, wenn ihr Sachen im Koran nicht wiederfindet, dann könnt ihr die durch Gedichte ersetzen. Und heute findest du im Koran viele, viele Gedichte. Bayram, erklär mal das, was du geschrieben hast. Wer ist Ila? Es heißt nicht, es gibt keinen Gott außer Gott. Es heißt, es gibt keinen Gott außer Ila. Wer ist Ila? Und zeig uns mal den Tauhid im Koran. Wenn du mir zeigst, wo der Tauhid im Koran steht, werde ich sofort Muslim. Komm, ich gebe dir meine Aufgabe Bayram. Wo steht der Tauhid im Koran? Ja, er schreibt das und er schreibt das sogar noch falsch. Ihr richtig, Mondspaltung ist ein Gedicht von Ilm al-Reis, glaube ich, ein jemenitischer Prinz. Der hat dieses Gedicht verfasst. Es geht um eine Frau. Du bist so schön, dass sich sogar der Mond spaltet. Die Reise mit Al-Burak, das ist von den Zooastriern genommen. Die ist Fabelwesen zum Beispiel. Das hatten die Zooastrier. Der fliegende Wolfgang Petri ist das. Al-Burak sieht einfach aus wie Wolfgang Petri. Weiß ich nicht, Roman. Keine Ahnung, wo das Wort herkommt. Aber in dem Koran sind viele aramäische Wörter, sehr, sehr viele. Wo die Muslime bis heute die Deutung nicht kennen. Wie gesagt, der Koran wurde auch nicht auf Arabisch herabgesandt. Da sind auch viele aramäische Wörter drin. Grammatische Fehler sind da drin. Welche Wörter? Die anderen. Das kannst du googeln, die anderen. Das findest du ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Einfach auf YouTube eingeben, aramäische Wörter im Koran. Und dann muss man Muslime fragen, was El-Messi überhaupt bedeutet im Arabischen. Weil Jesus wird als... Okay, das werde ich nicht. Yeshua El-Messi. Was bedeutet El-Messi? Richtig. Das stimmt, Thomas. Ein Bartloser. Der gesagt. Ja, der erlöst. Ja, frag mal einen Araber. Was das auf Arabisch bedeutet? Warum steht das drin? Sie können euch nicht darauf antworten. Al-Burak war weder Esel noch Maultier, aber er war diesen beiden Tieren ähnlich. So steht das drin bei denen. Ich bin auf Arbeit, Leute. Ich bin in meiner Werkstatt gerade. Ich kann nichts vorlesen. Oban aus der Mossad-Kaserne 3. Du beantwortest ja wirklich alle Fragen. Ja, ich versuche zu beantworten. Ich versuche zu beantworten. Wie gesagt, der Islam ist sehr umfangreich. Und du wirst dein Leben lang nicht alles wissen können. Das geht gar nicht. Aber zumindest die kritischen Sachen muss man kennen. Zum Beispiel kritisieren Muslime, dass wir Christen, Mary, Gott segne dich auch, Dankeschön, dass wir Christen an der Endzeit an einen Drachen mit sieben Köpfen glauben, der mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne auf die Erde werfen wird. So lesen das die Muslime und sagen, haha, die Sterne sind viel zu groß. Wir können die auf die Erde draufknallen. Das geht doch gar nicht. Wie gesagt, der Drache steht metaphorisch für Satan. Die Sterne, damit sind die gefallenen Engel gemeint. Das könnt ihr auch lesen. Blutziffer wird als Morgenstern beschrieben. Damit sind die gefallenen Engel gemeint. Aber gleichzeitig glauben die, dass Mohammed mit Al-Burak zu Allah geflogen ist und mit Allah verhandelt hat, dass die Muslime anstatt, weil die sollten mal 50 Mal am Tag beten, anstatt 50 Mal am Tag nur noch 5 Mal am Tag beten sollen. Daran glauben die und kritisieren den Satan mit sieben Köpfen der Allah Airlines. Al-Burak Airlines. Al-Burak Airlines. Einfach der fliegende Wolfgang Petri. Googelt mal Al-Burak, der sieht aus wie Wolfgang Petri mit Zügeln. Märchenbuch für Verrückte, ja. Und wenn euch Muslime angreifen wegen den Sternen, wie gesagt, damit sind gefallene Sterne, aber sie glauben, in Sahih al-Bukhari steht, dass wenn Dämonen versuchen, die Erde zu verlassen, Allah sie mit Sternschnuppen wieder runterschießt auf die Erde. Also Allah hat ein Radar-Warnsystem außerhalb der Erde und einen Raketenwerfer mit Sternen und damit schießt der Dämonen ab. Ja. 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 Also auch wenn ein Dämon sagt, ich will kein Dämon mehr sein, ich will den Menschen, die Schlechtes antun und die Erde verlassen wird, wird er angegriffen und wieder auf die Erde zurückgeschickt. Ja. Also. Risk Debater. Risk Debater. Du bist immer nur bei Christen drin. Warum liest du keine islamischen Bücher und bildest dich weiter, anstatt hier mit deiner Unwissenheit zu prahlen? Kann Burak fliegen wie die Sonne über Fujiyama. Also Sayal Muschrik eben Kafir, der schreibt die lustigsten Kommentare. Bleibt drinnen und achte. Nein, geh, geh studieren, Bruder, geh studieren. Bist du Armenier oder Arameer? Ah. Yes, I am. La 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 la. Yes, I am. Das. Ja, heftig. Ich würde mal gerne wissen, ob Rüstebater seine sechsjährige Tochter an einen 57-jährigen Mann geben würde, wenn er kommt und sagt, ich habe sie im Traum gesehen. Gott hat es mir befohlen. Weil Mohammed hat ja das nur im Traum gesehen. Das war nur ein Traum, dass ihn ein Engel umwickelt in einem Tuch zu ihm gebracht hat, zu Mohammed. Das war ja nur ein Traum. Gott hat es ja ihn wirklich nie befohlen. Ja, wie gesagt, er hat einfach nur geträumt. Also wenn ihr aus Versehen von einem Kind träumt, von uns. Und Leute, ich erzähle euch jetzt mal was. Das Schlimmste an der Sache mit dem Thema Aiche ist, dass Abu Bakr der beste Freund von Mohammed war. Stellt euch mal vor, ihr habt einen besten Freund oder ihr kriegt eine Tochter. Somit bist du ja auch emotional mit dem Kind verbunden. Du hast sie praktisch wie ein Onkel mit aufgezogen. Und dann willst du das Kind heiraten. Das ist ja das Schlimme dran. Amir ist da. Amir? Ja, gar keiner. Die haben keinen Errettungsglauben. Die kommen erstmal in die Hölle und dann kommen sie vielleicht in den Himmel. Amir, du hängst. Da bin ich nie da. Da bist du wieder. Amir, ich habe den Leuten erzählt, das Thema mit Aiche, dass Abu Bakr und Mohammed beste Freunde waren. Und wenn du einen besten Freund hast, der eine Tochter hat, bist du ja mit der Tochter emotional verbunden. Praktisch war Mohammed auch dabei, wo sie gelaufen gelernt hat, wo sie gegessen hat. Er hat sie, ja, praktisch wie ein Onkel. Das macht die Sache viel schlimmer. Es war nicht irgendein fremdes Mädchen. Der war emotional mit dir verbunden wie ein Onkel. Weil die Kinder von deinen besten Freunden sind praktisch wie deine eigene Kinder. So kommt es ja. Ja, ja, klar. Die Kinder sind dann wie seine eigenen Kinder. Da kannst du sowas nicht machen. Das ist absolut geistig. Und seine eigene Tochter Fatima hat er Abu Bakr nicht gegeben, als Abu Bakr Fatima heiraten wollte, weil sie war zwölf Jahre alt. Und Mohammed sagte, sie ist zu jung. Da hatte der auf einmal Moral. Da hatte der auf einmal Moral. Wo war das nochmal? In Sunan ibn Maja? Welcher Hadith? Ich habe den zu Hause. Ich kann den Hadith jetzt nicht sagen. Das war bei Sunan Anasai, glaube ich. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall hat Mohammed seine eigene zwölfjährige Tochter nicht an Abu Bakr gegeben. Abu Bakr war der Vater von Aisha und hat gemeint, sie ist zu jung. Sie war zwölf Jahre alt. Du, mein Onkel. Doppelmoral, ja. Doppelmoral. Und kennt ihr den Hadith? Da ist einer, einer seiner Sahaba. Er möchte, er hat eine gleichaltrige Frau geheiratet und Mohammed kritisiert ihn dafür und sagt, warum hast du kein Kind geheiratet, damit sie mit dir spielen kann und du mit ihr? Ja, und du mit ihr? Ja, stimmt, schade. Ich hätte dem Risk Debater das noch gesagt. Weißt du, dein Prophet hat dir doch empfohlen, ein kleines Kind zu heiraten. Warum heiratest du ein Erwachsener? Hier hat jemand geschrieben, Sunan Anasai, 3, 2, 2, 1. Richtig. Ich habe ja gesagt, dass er mit Sunan Anasai. Dankeschön. Ah, Sunan Anasai war das. Ja, danke dir. Das ist mit seiner Tochter. 3, 2, 3, 1. Er wollte ja wirklich ein kleines Kind zum Spielen heiraten, das hat er selbst gesagt. Und der, der, der einer seiner Gefolgsleute, der war ja moralischer und hat gesagt, ich suche kein Kind, sondern jemanden, der auf meine Kinder aufpassen kann. Der war ja moralisch viel weiter als Mohammed selber. Ja. Diese Geschichte mit Mohammed und Aiche reichte aus, um jeden Muslim eigentlich, der eventuell noch ein bisschen Anstand, Moral und Ethik besitzt, aus dem Islam rauszuholen. Ja, ich habe neulich einen Ex-Muslim kennengelernt. Der ist auch nur wegen diesem Thema aus dem Islam herausgetreten. Er ist zu seinem Imam gegangen, hat seinen Imam gefragt, wie alt Aiche war. Der Imam hat wegen dem Alter gelogen und das war für den Grund genug auszutreten, weil der Imam hat nicht gesagt, sie war sechs Jahre alt. Der Imam meinte, sie waren beide erwachsen. Ist das krank? Er lügt ja, um in dem Islam drinnen zu bleiben. Hast du gesehen? Krank. Ja, ja, ja. Vielleicht gibt ja irgendwann der Junge mal sein Zeugnis bei dir. Das würde ich mir wünschen, wenn er so weit bereit ist. Aber er ist noch kein Christ geworden. Ja, kontaktieren. Hast du genug von ihm kontaktiert? Er ist bei dir drinnen, er hört dir gerade zu. Deswegen habe ich dir erzählt. So, der ist hier drinnen. Ja, ich habe ihn vorhin gesehen. Amir, du hängst. Du hängst, ja. Du hängst. Kannst du mich hören? Du hängst. Jetzt besser? Nein, du hängst. Geht? Ja. Ja, du hängst im Menü. Ja, warte, ich komme jetzt gleich wieder raus aus diesem Gebiet. Ich bin im Dschungel. Hast du Batterien drinnen? Im Dschungel. Rumble in the jungle. Das war kein Schiite, ne? Könnt ihr mich hören? Ja. Und das war kein Schiite. Ich bin im Dschungel. Hallo. Ich bin im Dschungel. Vielen Dank. 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 It's back. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Yeah. Okay, ich bin drin. Ja. Yeah. 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 Okay. Yeah. Yeah. Okay. Ich muss das erst mal ein bisschen lesen, es ist nicht so lang, dann weiß ich, worum es geht. Okay, kann ich wollen, Lidl. Ja, von mir hattet eine Ibn Abdelmalik, und sagte, Abne Abbas, und nicht nur Lidl, und nicht nur Lidl, und nicht nur Lidl, und nicht nur Lidl, und nicht nur Lidl. Und nicht nur Lidl, und nicht nur Lidl, und nicht nur Lidl, und nicht nur Lidl, Das war's für heute. Amir, du hast gehankt die ganze Zeit, oder ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, einer von uns hat gehankt, aber jetzt höre ich dich. Okay, ich habe auf einmal auch kein Impfung mehr, kein Netz mehr. Aber jetzt höre ich dich. Ja. Ja, hier steht, du aber kennst eine Nabi in Anjuril, das heißt, es steht einem Propheten nicht zu täuschen. Ja. Aber hier mit der Unterhose, das steht ja nicht wieder, oder welches ist das? Das ist Sura 3, Vers 161, und dazu musst du es werfen, Nuzul, von Al-Wahid. Hast du gehört? Ja, ich habe dich gehört, mein Lieber, okay? Ich bin drin, ich schau mal kurz. Steht da Al-Wahidi, Asghar von Asghar? Nein, 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 nein. Aber du hast in diesem Text kein Tafel? Nein, ich kann das nicht sehen, mein Lieber. Kein Al-Wahidi, nichts? Nein, kein Al-Wahidi, mein Lieber, nein. Nein, nein. Aber du bist bei Sura 3, Vers 161, ne? Ja, richtig. Sura 3, Vers 161. 161. Ja, aber die Geschichte, warum dieser Vers herabgesagt wurde, findest du in Asghar von Nuzul. Kennst du das? Asghar von Nuzul, ja, aber hier steht das nicht drin. Aber Asghar von Nuzul, aber da steht, du sollst nicht, wie gesagt, du sollst nicht täuschen. Es steht hier nicht zu, das zu täuschen. Und dann? Und dann? Und dann? Ich sehe es hier nicht, mein Lieber. Vielleicht ist es auf ein anderer Tafsir oder wie machen wir? Keine Ahnung. Du musst bitte das von Al-Wahidi aufschlagen, dieses Asghar von Nuzul, der Grund für die Herabsendung des Verses. Asghar von Nuzul. Al-Wahidi. Okay, alles klar. Ich gucke mal nochmal. Ich schaue mal jetzt. Asghar von Nuzul, Al-Wahidi. Schreibe mal auf Arabisch dieses Asghar von Nuzul in Google rein. Vielleicht findest du das dann direkt von Al-Wahidi. Mach ich, okay. Bin dabei. Staron. Mm-hmm. Spend. Das sieht aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es steht keinem Propheten zu, eine zu unterschlagen. Mohammed ibn Abdelrahman, Mohammed Überlieferung, ein Teil des Roten Samts, denn die Götzendiener in der Schlacht, wo Badr als Beute erbeutet hatten, wurden vermisst und einige Leute sagten, vielleicht ist es der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihn Frieden. Er war das. Der ihn nahm, also diesen roten Ding. Du meinst ja diese Unterhose. Ja, genau. Ja, also die haben gesagt, die Götzendiener in der Schlacht von Badr als Beute erbeutet haben, wurde vermisst und einige Leute sagten, vielleicht ist es der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihn Frieden. Also die Muslime selber, Leute, die Muslime selber, entschuldigen den besten Menschen der Welt, Sadr al-Armin, den vertrauenswürdigsten, geklaut zu haben. Schaut euch das bitte an. Wir haben ihn gleich durchgeschaut, die wussten, wie er tickt. Echt? Und so wurde... Ja. Und dann steht, und so wurde Allah erhaben, er ist offenbart, es steht keinem Propheten zu, eine Yerullah. Yerullah. Yerullah, das heißt zu teufeln. Auf Arabisch. Ja. Also zu stehlen. Zu stehlen oder so was. Zu klauen oder so. Genau. Täuschen oder zu stehlen. Mariam, Mariam. Das musst du dir geben. Anstatt Allah, der Allwissende, der den Leuten sagt, wer das geklaut hat, kommt der einfach, der Mohammed sagt, war ja Allah. Und dann hat er diesen Vers bekommen sozusagen. Er hat gesagt, ich habe einen Vers von Allah bekommen. Der Prophet war es nicht, oder ihm steht es nicht zu, so was zu tun. Anstatt Allah, sei mir es wahr. Ja, anstatt das zuzugeben. Ich glaube, der hat dafür nicht wirklich die nötige, naja, na, 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 um das zuzugeben. Heftig? Das ist wirklich heftig, heftig. Also die haben ihn durchgeschaut. Die wussten, dass er das geklaut hat. Aber da kam diese E. und hat gesagt, es steht mir nicht zu, das zu täuschen. Also, naja. Also das ist heftig. Englisch. Ja, da steht das hier auf Englisch. Aber keine Ahnung, warum es nur auf Englisch hier steht. Ja. Hast du nichts gehabt? Ja, ja. Ja, stimmt. Mariam, geh mal bitte auf Surah At-Tauber, Ayah 5, dieses Ayatul Seyf, und lies mal bitte den Tafsir von Al-Jalolein oder Ebn Kathir vor. Guck mal, was die da sagen, zu Surah 9, Vers 5, Mariam. Vers 5, okay. Ja. Soll ich Ebn Kathir machen, Tafsir? Ja, mach mal erstmal. Mach mal erstmal Ebn Kathir und dann mach Al-Jalolein. Okay. Das ist, wie gesagt, und natürlich nimmt sie und unterdrückt sie und schlagt sie und lauert sie, genau. Aus dem Hinterhalt. Aber wenn sie zum Beispiel... Was sagt jetzt Ebn Kathir? Lies mal bitte den Tafsir. Was sagt er zu dieser Ayah? Wenn die sagen, le chuckle die Tafsir in die Tafsir, die darst today, schlagt die Tafsir. Gut, aus dem Namie, wie gesagt, sie mit dem EEO P Careste. Dann-Und Kaffir, die Tafsir, die Tafsir ist. So Nagel, die Tafsir, die Tafsir, die Tafsir ist. Und die Tafsir ist. Das habe ich vorhin? Die Tafsir ist. Eben Kathir hat das Tafsir. Wenn die vier Monate vorbei sind, diese heiligen Monate, ihr müsst die Ungläubigen töten, wo ihr sie findet. In der Mine, das ist wieder versucht, die schief die Geblüte nach der gesamten Begeisterung? 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 Ja. Sie ist 18 4. Im Rahmen der Geblüte, in das Schlaf oder andere in dieser Sfrage, der die Schlafung versucht werde, und das Schlafung muss, wo manoshコ右 1900n ist, wo manèsest. Und diese Schlafungort enthält diese Schlafung einster Schlafung im Schlafung im Schlafung im Schlafung im Schlafung im Schlafung. Und das ist die Schlafung im Schlafung. Wer wartet die Schlafung im Schlafung des Schlafung im Schlafung im Schlafung? Ich bin weiter, weiter, Mariam, weiter. Ich bin weiter, Mariam, weiter. Ich bin weiter, Mariam, weiter, Mariam, weiter. Wenn sie nicht die Schahada sagen und die geben als Zakat, dann müssen sie sie töten, weil es ist ein Befehl von Gott. Er darf sie nicht am Leben lassen. Wenn Muslime zu uns sagen, man darf niemanden zum Glauben zwingen. Es gibt ja Muslime hier in Europa, die sogenannte Salaf sind und dann sagen, nein, man darf nicht die Leute zum Islam zwingen. Muhammad hat niemanden zum Islam gezwungen. Siehst du, wenn man die Tafsile aufschlägt? Ganz unten hat er gesagt, der Prophet, er wurde befohlen, die Leute zu töten, die nicht Schahada prononzieren, die nicht Schahada sagen. Und die nicht auch in der Zakat machen. Dann sind die Ungläubige, die müssen getötet werden. Sagt er auch Ayatul Seif auch in dem Tafsir? Ayatul Seif. Nein, hier nicht so, aber das steht ja hier. Das ist Utaftarruhum ila al-Qatil. Au al-Islam. Hier steht zwei Möglichkeiten. Ihr müsst sie also zum Islam zwingen. Und wenn sie das nicht tun, ihr müsst sie dann aber töten. Hier steht das. Seht ihr, ihr Lieben, wie gefährlich der Islam ist? Und man muss diese Religion auf der Stelle sofort in ganz Europa verbieten. Das ist es, was der Koran lehrt. Deswegen versteht ihr die ganzen Terrororganisationen, die anfangen, Andersgläubige zu zwingen, sie umzubringen aufgrund des Korans. Dieser eine Vers, Ayatul Seif, Sura 9, Vers 5, hat jeden friedlichen Vers aus dem Koran abogiert. Der Koran ist nichts anderes als das Buch des Teufels. Es ist nichts anderes. Es ist das Buch des Teufels. Richtig, richtig. Hier ist es, es ist hier, es zwingt, es ist ein Zwang hier, aber ganz klar. Wenn die heiligen Monate vorüber sind, tötet die Ungläubige, wo ihr immer sie findet und nimmt sie gefangen und belagert sie und sitzt sie bei jedem Hinterhalt gegen sie auf. Aber wenn sie Buße tun und das Gebet verrichten und Sekete zahlen, dann verlasse ihren Weg. Gott ist verzeihend und barmherzig. Lies mal weiter, Mariam, den Tafsi von Ibekate. Guck mal, was da noch steht. Der ist ja lang, ne? Der ist lang, ne? Ja, ja, es geht. Nicht so lang, aber es geht nicht wie andere Tafesiere. Es steht wie Al-Baqarah 191. Wakaulihi, also da steht Wakaulihi, der hat gesagt in Baqarah 191. Das ist heftig hier. Da steht Baqarah 191, nimmt sie in Gefangenschaft, ja, und, wie soll ich sagen, nehmt sie in Gefangenschaft und, also wie sagt man so, Torture auf Deutsch. Quält sie, quält sie, Torture. Quält sie, genau, und quält sie bis zum Tod, wenn sie nicht den Glauben annehmen, wenn sie nicht den Islam annehmen. Unglaublich. Seht ihr, liebe, wie krank, wie krank das Ganze ist? Das ist purer Satanismus. Ja, natürlich. Das ist die Barmherzigkeit. Und am Ende immer, am Ende, ah ja, Gott ist barmherzig. Ja, das ist die Barmherzigkeit, indem die die Nackentherapie verpassen. Das ist die Barmherzigkeit. Ja. 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 Mitlehrt mit denen. Also einfach so hart wie möglich, herzlos wie möglich sein. Und in deren, das hier heftig, ich sage dir, was das heißt. Das ist heftig. Nimmt sie ins Visier, indem sie ihre Festungen belagern. Also das ist sowas von hinterhältig hier. Ja, siehst du, wer sich im Koran offenbart? Siehst du jetzt, seht ihr, ihr Lieben, wer der Ursprung des Korans ist? Welch bösartiger Geist? Die gesamte Welt auszulöschen, bis sie Muslime werden, das muss der Teufel sein. Richtig. Also steht, nehmt sie ins Visier, indem sie ihre Festungen belagern, bis sie den Islam annehmen. Sonst müsst ihr sie dann töten. Es gibt keine andere Wahl. Entweder den Islam annehmen oder einfach Nackentherapie. Eins von beiden. Versteht ihr jetzt, wenn jemand zu euch sagt, dass der islamische Staat ein idiotischer Staat wäre? Was das für Heuchler sind, die sowas behaupten? Pure Heuchelei? Versteht ihr das jetzt? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das auch versteht. Ich meine, das steht schon hier alles. Und trotzdem, die wollen das nicht verstehen. Ja, Herzen sind verschlossen. Und Augen verschlossen für die Wahrheit. Die wollen die Wahrheit nicht anerkennen. Das ist ganz wenig. Es sind nur vier Zeilen. Ja, vier sogar. Nicht so viel bei Jalalain. Das ist nicht, wenn ich das hier von Alter nennst. Riesig sein zu suchen, nur ein Vers 5. Doch, Tafsir Jalalain, Al-Mahali, Wasu-Yuti. Hier. Ja. So dann sind sie nach den Schwarzschirm folgenden wie auch mit der Mittelteileチag steigt. Wenden Sie die Schleunze zu haben. Und um sie mit ihnen zu haben. Und durch den Schleunze ihre Kolm verbalen und die Schleunze. Bis zum Theygen zu werden. Oder Zeit. Und ihr bestemt vor dem anderen St Erfolg zu werden. Und wenn ihr zum Beispiel gehen solltet ihr. Dann zu erbringen sie rein. Und dann, wir sprechen in die Schrauben zurück. Die Schleunze sind sie Sonnzeig. So was er. Was sagt er hier? Wenn die heiligen Monate verstrichen sind, erschlagt die Ungläubige, wo ihr sie findet, ob gesetzlich oder heilig, und nimmt sie gefangen und belagert sie in Burgen und Festungen, bis sie gezwungen werden zu töten oder zu bekehren zum Islam. Genau. Und lauert sie im Hinterhalt und sperrt ihnen den Weg. Wenn sie Buße tun, dann okay, ja, und wenn sie den Islam annehmen. Wenn nicht, dann seid ihr gezwungen, sie zu töten. Ja, das ist jetzt Tafsir al-Salalay. Ja. Aber ich denke, der Tafsir von al-Salalay ist, glaube ich, noch mal ein Stückchen weit länger. Du könntest das eventuell in Google suchen. Gib mal bitte ein Tafsir al-Salalay auf Arabisch zur Suche 9 Vers 5. Okay. Mal gucken, was Google sagt. Oder Google zeigt. Guck mal. Aber im Arabischen. Im Arabisch, alles klar, mache ich. Genau, arabische Buchstaben dann rein und dann geht man bei Google ein. Ja, ja, mache ich. Okay. Und dann Tafsir al-Salalay. Okay, mache ich. Gucken wir mal, was steht. Tafsir al-Salalay. So. 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 Sie sehen hier, es ist schon ein bisschen lang, ne? Siehst du, die Leute sagen nicht mal auf ihren eigenen Internetseiten die Wahrheit, weil du musst noch weitersuchen, um das alles herauszufinden, das ist so krank, Mann. Ja, also wirklich, Amir, auf tafsir.com sind nur vier Zeilen und hier im Internet siehst du schon heftig viel, sehr lang, sehr lang, die sehe ich gerade hier, sehr lang. Also diese Sura, es ist wirklich, es ist die bekannteste Sura und normalerweise, jeder Muslim kennt diese Sura und normalerweise allein schon diese Sura reißt schon. Wirklich, den Islam zu verlassen, weil wie kann ein Mensch, der Verstand hat und Moral und Ethik, sowas zu akzeptieren? Das kann niemals sein. Wie kann man sowas akzeptieren? Das geht aber nicht so. Das ist deutlich hier befohlen, dass man die Ungläubige töten muss, wenn sie nicht zum Islam kommen oder konvertieren oder nicht die Jizya bezahlen. Das heißt, sie müssen erniedrigt werden, wenn sie Jizya bezahlen. Und dann sagen sie, nein, Islam ist die schönste Religion der Welt, der beste Prophet. Ich meine, ich weiß es nicht, was mit diesen Menschen los sind. Ich weiß nicht, was mit diesen Menschen los sind. Ich weiß es nicht, das ist nicht normal. Nicht normal. Allein diese Sura berichtigt mir, dass ich den Islam verlasse, wenn ich ein normaler Mensch bin, ein denkender, normaler Mensch bin. Ja, es sei denn, du bist ein bösartiger Mensch. Dann akzeptierst du das und sagst ja. Ja. Wenn das von Gott kommt und ich glaube an Gott, dann werde ich das vollziehen. Heftig, ne? Bösartig. Es sei denn, du willst das. Genau. Richtig. Es sei denn, du willst das. Und es gefällt dir, was du hier liest. Es sei denn, du willst genauso handeln. Dann bist du ein böser Mensch, genau. Dann gehörst du Satans Kinder. Dann kann man nichts mehr für dich tun. Und du bist dann verloren für immer und ewig. Ja. Aber Amir, kennst du die Hadith-Nummer von diesem Video, das ich dir geschickt habe? Ich habe gefragt, aber niemand hat mir Antwort gegeben. Die Dschins haben Mohammed im Schlaf geritten. Ja, das befindet sich in Tafsir al-Tabari, Band 1, Seite 399. Afrikaner reiten auf Mohammed, nackt auf Mohammed rum. Afrikaner. Ja, Afrikaner. Schwarzafrikaner. Schwarzafrikaner reiten auf Mohammed, nackt rum. Tafsir al-Tabari, Band, also das Buch von Imam al-Tabari, Band 1, Seite 399. Versuch das mal zu finden, Mariam. Ja, mach ich. Band 1. Genau, gib mal ein im Arabischen. Tafsir al-Tabari, Band 1, Seite 399. 399. Okay, schau mal, was ich finden kann, ja? Ja, schau mal, dass du dich so durchkämpfst. Das ist die Frage. Also, ich guck mal, ob ich was finden kann. Einmal mal mal. Ahem. Ich guck mal, wo ich bin. Ich guck mal, wo ich mich bin. hier leute hört mal schwierig bei mir das beschinden aber ich kämpfe mich noch durch musnath ahmad tschuldigung musnath ahmad band 1 seite 399 musnath ahmad okay genau musnath ahmad band 1 seite 399 die nummer war richtig nur der name war falsch ich habe nichts gefunden musnath musnath ahmad so vielleicht finde ich das jetzt musnath oh madzena danke madzena dziękuję madzena dziękuję maljahn bist du da ja ich bin da ich muss damit ahmad 399 99 wofür hat dies eins ja also das befindet sich in band 1 seite 399 ja ja ich habe ich glaube ich habe es yeah yeah musnath man bin auffene radehi lau oan. Vielen Dank. Könnt ihr mich hören, ihr Lieben? Okay, perfekt. Stellt euch mal vor, der Mohammed wird von so schwarz Afrikanern beritten. Das ist so krank. Was sich in den islamischen Schriften so befindet. Das ist so krank. Schönen, das ist das Lied. Und jump on it, let's do it. Mein Jönner, danke dir. Jump on it, let's do it. Oh, mein Gott. Mariam, du musst vorlesen und ich mache diese Porni an von Tino White. Aber wirklich komisch. Ich habe jetzt hier, die Lieben wirklich, du bist heftig. Ich habe jetzt Musenad auf mein Ibn Affen, Radhinallahu an. So, Hadith Nummer 399 steht unten. Auf Englisch und auf Arabisch. Okay. Was steht da? When made you take al-an-fail, na-na-na, which is one of my, ich guck mal as ma doesn't you uparifu, Ibn Affar said. The line between them saying, bismillahirrahmanirrahim, and you put them with the seven long ones. What made you do that? He said, sometimes many surahs would be revealed incomplete to the messenger of Allah. And when something was revealed, he would call one of the scribes to write it down for him and says, put this in the surah in which such and such is mentioned it. And verses would be revealed to him and he would say, put these verses in the surah in which such and such is mentioned it. And a verse would be revealed to him and he would say, put these verses in the surah in which such, guck mal, dreimal wiederholt, al-an-fail, was one of the first search to be revealed in Medina of Koran of Naya. Aber ich finde das jetzt hier nicht mit diesen Afrikanern. Kann das sein, dass sie das wegkriegen haben? Du findest das nicht einfach so? Nein, das kannst du so nicht einfach finden. Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399, du musst dich da auskennen, wo du zu suchen hast, Mariam. Das ist nicht mal eben so gemacht. Du musst Ahnung haben von dem. Du musst wissen, wo diese ganzen Seiten der Muslime sind, die die Bücher übersetzt haben, wo man das zu finden hat, in den Leisten eingeben und sowas. Das ist heftig, Mariam. Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja, doch. Ich weiß, jetzt, bis dahin. Also, hier, was sie Pisa. Variant No. 1. Ja. Variant No. 399. 399. Buch Musnad Ahmad. Ja. Variant No. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 6. 7. 6. 7. 1. 10. 9. 10. So. Lest mal bitte erst Johannes 25. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kein Problem, ich zitiere euch das direkt aus meinem Kopf. Bitte, lieber Jesus, lass mich das finden. Ich habe einfach richtig gemacht. Da steht nichts zu finden, aber ich habe alles richtig gemacht. Ich glaube, dieser Anonym, der kann das nicht komplett hier reinposten, weil TikTok nur eine bestimmte Anzahl an Buchstaben zulässt. Ja, da steht, es ist not found. Ich sehe es gerade hier, obwohl ich alles richtig geschrieben habe. Es ist nicht schwer. Ich würde mich gerade wirklich durchkämpfen. Ich lese gerade Musnad. Ich mache alles bei alles. Seiten. Der Link ist richtig. Musnad. Musnad. Es ist ein PDF. Amir, das steht hier für viele Musnad, Musnad Ahmed, Musnad Abi Bakr Sadiq, Musnad Umar ibn Khattab, Musnad Uthman ibn Affen, Musnad Ali ibn Talib oder Musnad Abi Muhammad oder Musnad Zubayr oder... Imam Ahmad Hanbal, Imam Ahmad Hanbal. Ahmad Ahmad Hanbal. Ich bin das Handball. Aha. Amir, wie kann ich meinen Freund überzeugen, den Islam zu verlassen? Zeig ihm nur Mohameds Leben. Zeig ihm, was Mohamed in seinem Leben getan hat. Und dann kannst du ihm schön den Herrn Jesus Christus näher bringen. Ja, habe ich. Handball. Und ich glaube, ich bin ganz nah am Mönch. Hör mal, was zieht die weiter? Ich sehe sie hier. Der Ende Humor sucht. Ich sehe ihn. Das ist groß. Dün. Und er ist die, das Herz summt, den uns zu verlassen, den Propheten Allah. Use Google translation, wenn du nicht meherirankst. Der Propheten, er kam so jung, er ist so stolz, er war heavy. Er ist in pain. Ja, ich bin jetzt auch gerade auf der Seite, Mariam. Nächste Seite? Mariam, geh mal bitte auf YouTube. Mariam, geh mal bitte auf YouTube. Ja, okay. Gib mal bitte ein in den Text, welches Video du finden sollst. Ja. Schreib mal dahin, Black Man Riding on Prophet Muhammad. Black Man Riding on Prophet Muhammad. Okay. On Prophet Muhammad. Das erste Video, da ist so ein schwarzer Mann in so Kurs. Hab ich, okay. Okay, klick das Video bitte an und dann gehst du bitte auf die Beschreibung. Da ist die Referenz. Klick da drauf. Die Referenz, ja, ich bin drin. Alles klar, super. Siehst du, wie der Dr. Scheer Awabe das macht? Schön, hast du gut gemacht. Bravo. Ja, danke. Maschallah, Jesus. Maschallah, Jesus. Maschallah, Jesus. Maschallah, Jesus. Danke, Jesus, dass du da bist. Was machen wir ohne dich? Danke. Danke, Herr, auch für Maria. Danke auch für die ganzen Geschwister, Israel. Danke, Herr, für so tolle Geschwister, die hier drin sind. Segne sie, behüte sie, beschütze sie, Herr Jesus. Nimm dich ihrer an, Herr Jesus. Und nehme sie auf in deiner Herrlichkeit, wenn sie in den Tod gehen eines Tages. Amen. Amen. Oh, mein Gott. Ja. Ja. Der hat, oh mein Gott, der hat hier steht, der hat so Schmerzen gehabt, ja, er war fertig mit seinen Nerven, weil die waren ja so viele. Der war fertig mit den Nerven. Wie viele Afrikaner waren das denn, Mariam? Steht da eine Zahl da oder was? Ja, ich guck mal. Und das ist auch noch Sahih, Mariam, geh mal runter, guck mal, das ist Sahih, korrekt. Das ist Sahih, ja, ja. Das ist Russland, Ahmad, einer der Gründer der hanbalitischen Rechtsschule. Stimmt, ja, ja. Das ist Russland. Ich guck mal, wie viele waren die? Wie viele waren die? Ich glaube, steht hier sieben oder wie viele waren die? Steht hier, warte mal nicht. Ich guck mal. Ich bin sprachlos. Was steht da noch? Es steht hier genau, wie ich gesagt habe, diese Afrikaner kamen und haben auf ihn geritten. Da steht aber auch Schwarzafrikaner, richtig? Schwarzafrikaner, genau, haben auf ihn geritten. Er hat Angst vor die gehabt, aber irgendwie, weil die ihn, also das war, er hat gesagt, er hat so heftig Angst gehabt und er hat aber so heftige Schmerzen, dass er mit seinem Welt fertig war. Und dann hat er gesagt, hier, warte mal. Seht ihr, passt das Lied nicht? Jump on in! Let's do it! Heftig, passt perfekt! Also, da hat Wahnvorstellungen gehabt, also dieser Mohammed. Oder da war besessen. Ja, da war besessen. Das kann nicht sein, so was. Das kann nicht sein. Also, da stand hier nicht wie viele, aber haben gesagt, da stand auch, da waren Schwarzafrikaner, genau. Welche Form hatten diese Schwarzafrikaner, fragt die Islamfaktcheck? Welche Form? Ja, lies mal von Anfang. Sind das dünne, lange Afrikaner gewesen oder was steht da? Ja. Danke, für die 200.000. Super gemacht. Dankeschön. Gott segne eure Finger, ihr Wundervoll. Ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Die waren groß und dünn. Groß und dünn, richtig? Ja. Groß sind die Schwarzafrikaner. Ja, steht hier. Das heißt, die waren groß und dünn. Das heißt, dünn. Die haben wenig Fleisch gehabt. Sie meinen das auf Arabisch. Dünn. Genau. Die sind zu ihm gekommen und dann haben auf ihn geritten und er hat Angst gehabt und das war so heftig, dass er Schmerzen bekommen hat und dass er fertig mit seinen Nerven war. Absolut krank. Er war selbst fertig, er hat gesagt. Das war, weil er so heftig war. Absolut krank. Amir, ich höre euch doppelt. Also ihr hört mich dann, ihr Lieben, oder? Amir, jetzt hört... Könnt ihr mich hören? Ah ja, jetzt schon. Jetzt ist gut? Ja. Okay. Ja, da siehst du mal, wenn wir eine tiefe Studie unternehmen, tief eindringen im Islam, was wir da finden, ne? Ja. Ich würde mal sagen, da steht hier, das ist ein ganz schlecht geschriebenes pornografisches Buch. Heftig, ne? Oh mein Gott, das ist heftig, heftig. Und der Christian Prince hat mit einem arabischen Muslim darüber debattiert, der ist abgehauen. Guck mal hier, Leute. Schau mal, hör mal, hör mal. Okay, äh, 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 wir können den Text hier nehmen. Und wir benutzen Google Translation, äh, sentence by sentence. Er konnte seinen Augen kaum glauben, was er da liest. Afrikaner reiten doch vor Hammer drum. Aber wirklich? Ja, das sind Jinn. Die kommen vom Norden Syrien. Schwarze Chins aus Norden Syrien. Schwarze Chins aus Norden Syrien. So, let us do this. I will copy the sentence in the front of you. Not the whole text, because, eh, you, you know, eh, Google, you can keep here. This is not the classic, I mean. We will copy the sentence. Copy. And now we will go to Google Translation. In the front of your eyes. Enter the Arabic. I can see the. Or the past. They arrived, who? They arrived, the Messenger of Allah. Are we lying? Is that our book? Our publication, probably wrong. Those African men, they were writing your Prophet all day long. No, this is not a dream. This is supposed to be a true story. They were going, traveling somewhere. And those black people, they start writing Muhammad. Any Muslim can explain why those black men, they were writing your Prophet. And not exactly it's meant by writing him. Did they rape him? And as you see, we copy the text as it is. Copy and paste in the front of your eyes. And you can do the same. And we give you the reference. Why Allah allowed those men to write the Prophet? What do you think? What is, what was behind this? Why, why they write him? And why Allah allowed? You see, when, when it says they are right on him. That's mean, they sit in the top of him from his backside. One after one. And they spend the whole day. One after one. Riding Muhammad. And Muhammad, he came back and he was so tired. And a lot of pain. With a lot of pain. With a lot of pain. Yeah. They don't dare to call us because whatever they say, we are going to surprise him with a lot of garbage. We have all the garbage of Muhammad here. A lot of garbage. There is no manufacturing that can recycle it. And remember, those references are written by Muhammad, who supposedly did not write anything offending the Prophet. You know? There are many stories. There are Muslims, who have written it on him. You understand? That's the worst. There are not only Islamhasser, who have written it on him. There is a book of Muhammad Ahmad. From Muhammad Ahmad. In his Muslim. There are many animals that say, I know. There is a lot of people that are speaking. There is a lot of people who are saying, But there is a white African... ...they came to him and they were nackt. They had no outfit on. They were not thin and they were big. groß. Und sie begannen, also und er hat hier, Amir, wirklich, ich kann dir sagen, ich habe es jetzt gesehen, das war ein großes Wort, was man nicht sagen kann. Ein Schimpfwort, hat er gesagt. Für diese Afrikaner, die sahen aus, aber Punkt bei Punkt, es ist ein Schimpfwort hier. Auf Arabisch heißt es, das ist wie, ja, das ist ein Schimpfwort, Amir. Ein richtig heftiges Schimpfwort. Also sie haben ihn auseinandergenommen in sexuellen Sinne? Ja, 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 ja. Also Schwarz-Afrikaner haben Mohammed sexuell penetriert? Ja, ja, das ist heftig, glaube mir, Amir. Wir haben die steht hier, weil es ist auf Arabisch. Also wenn ich das auf Deutsch sage, die sperren mich hier TikTok. Ich kann das nicht sagen. Wirklich. Heftig. Warte, ich muss das Lied jetzt einmal anmachen, jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir, jetzt haben wir es drauf, jetzt haben wir es gehört. Jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt, ich muss das. Tut mir leid, aber wir müssen das jetzt. Jetzt ist es vorbei, ey. Die haben Sutt gemacht. Traum und Sutt. Ja. Und die waren wie Sutt. Das heißt, es ist ein Schimpfwort. Das kann man nicht sagen. Die sperren mich auf TikTok. Ich kann das nicht sagen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ja. Das ist so schlimm. Und, das ist so schlimm. Eieieie, das ist so krank, ne? Das ist so krank. Das ist heftig. Guck mal, wohlgemerkt, da steht dann, sie kamen und begannen den Gesandten Gottes, möge Gott ihnen segnen und Frieden schenken, auf ihn zu reiten. Auf ihn zu reiten, aber nicht im Sinne von Ruckepack, sondern auf ihn zu reiten, im sexuellen Sinne, ne? Ja, natürlich. Aber das kann nicht sein, dass es ein Traum ist. Ich glaube, das war richtig so. Das war wahr. Er hat das erlebt. Er hat das erlebt, ja. Er hat das mit Detail beschrieben. Ja, mit Details hat er das beschrieben und so. Ja. Was steht denn da unten drunter, Mariam, der Authentizität des Hadiths? Okay. Weil meistens unten steht dann auch die Klassifizierung, ob das korrekt ist oder schwach ist oder was auch immer. Ich guck mal grad, mein Lieber. Das, was jetzt da drunter steht, das kann ich nur das lesen. Ja. Ja. Mehr. Ja, heftig, heftig, heftig. Ja. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob es dieser Mann jetzt auf YouTube ist. YouTube das erklärt hat, also ich lese das gerade auf Arabisch und ich versuche das auf Deutsch zu übersetzen. Als sie ihn gefragt haben, wer waren das und so, er hat gesagt, da waren Leute vom Ding, also da waren Engels. Also Djinns. Engels, ja, Djinns. Da steht hier Malerika. Malerika auf Deutsch heißt, äh... Engel. Äh, Engels. Mhm. Warum nafronminen malerika? Nafronminen malerika heißt, ja, eine... Ja, eine Bande vom, von Engels, Engelsbande, keine Ahnung, aber da meint vielleicht er mit Djinns. Ja. Es rollt hier wieder irgendein Muslim wieder in diesen Kommentarbereichen rum. Ja, vielleicht erkennt er sich viel besser aus mit, äh, jetzt, äh, diese Hadith. Manchmal ist er da Tag und Nacht, er weiß halt, wie es ist. Vielleicht will er uns widerlegen. Vielleicht hat er mehr Ahnung. Das Problem ist, das befindet sich in den Büchern und, äh, ja, das Ganze dann einfach nicht mehr... Weil, warum, was ergibt das für einen Sinn, Mariam, wenn man diese Überlieferung dann reinnimmt und dann, äh, später sagt, dass das unauthentisch ist. Warum überprüft man das denn nicht vorher? Verstehst du? Ist doch Quatsch. Ja. Die ganze Zeit wurde das nie angetastet. Und auf einmal, wo das so unangenehm wird, versuchen die Muslime eine Ausrede zu finden und das Ganze dann, äh, ja, runterzubuttert, ne? Richtig. Aber ich wette mit dir, gar kein normaler euroshischer Muslim kennt diese Hadithe oder sowas ähnliches. Er wird gleich sofort abblocken und er wird dir sagen, das ist Lügen und da steht sowas nicht. Das ist ja ganz normal. Ich verstehe deren Reaktion, weil die haben sowas nie davon gehört. Nie. Nie. Also in Moscheen und so und, äh, die Imams, die erzählen sowas nicht. Natürlich, die schämen sich. Schämen sich. Was sollen sie dann erzählen? Die erzählen nur die schönen Seiten vom Islam. Was einfach nur abgeschrieben von, 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 von der Bibel. Aber was das Neue ist auf, äh, im Islam gegeben, es ist das Neue ist, das ist diese Töten und diese Vergewaltigung und die Kinderheirat und alles Böse, alles Böse ist Neues. Aber was Schöne dort geblieben ist, es ist nur von der Bibel einfach genommen. Einfach abgeschrieben. Wir haben nichts Neues gebracht. Außer diese bösen, satanistischen, äh, Handlungen. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, da siehst du mal, und wenn du den Kanal von Rob Christian durchgehst, kennst du Rob Christian, ne Maria? Ja, 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 ja. Ja, da kannst du dir auch einiges, ähm, lernen von ihm, ne? Kannst du dir die Sachen angucken und dann selber dann gucken, in welchen Seiten ist er unterwegs, ne? Weil er postet immer den Link unten, damit die Leute das ja halt lesen können, ne? Ja, dann weißt du, islamweb.net oder die offizielle Saudi-Arabische Seite, al-islam.com. Ja. Ja. Ja, 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 ich hab schon von ihm gehört. Ja, ja. Was steht hier? Was haben die geschrieben? Akzeptiert. Ich schick dir den Fabrik, wo Momo seinen Cousin, oh mein Gott, okay, schick's mir das. Dann kann ich das auch selbst, äh, ja, gucken. Also, der eine Bruder hat gesagt, der schickt mir den Hadith, wo Momo seinen Cousin, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay. Das wird ja heftiger. Ja, du weißt gar nicht, wie heftig die Geschichte um Ahmad ist, ne? Was ihm alles passiert ist in seinem Leben. Und was sie mit ihren Büchern ausgenommen haben, ne? Natürlich. Ich hab mein Leben lang schon von ihm gehört. Mein Vater hat mir das immer erzählt, hin und her, immer wieder Geschichten. Und da war ich immer hin und her vom Hocker, wie soll ich sagen, vom Hocker gefallen, weil ich diese Geschichten gehört habe und habe gesagt, das kann nicht sein. Und ich war wirklich, das ist, äh, das ist widerlich. Mir war manchmal übel, als er mir das erzählt hat, aber das kann nicht sein. Aber wie gesagt, es ist schon heftig. Wenn man liest und nachforscht, dann findet man die Wahrheit, wirklich. Amen. Ja, Amen. Wo ist das? Wer ist die Wahrheit, Baria? Wer ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist der Herr Jesus Christus, der Messer. Amen. Es gibt keine andere Wahrheit, außer der Herr Jesus Christus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Amen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, 2, 3. Jede Sünde, jede Sorge und viele Gefühle von Angst und Mangel. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen. Sondern das Licht des Lebens haben. Du legst aber nicht selbst ein Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht gültig. Auch wenn ich Zeugnis über mich ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme. Und woher ich gehe. Ihr urteilt wie Menschen urteilen. Ich urteile über keine. Wenn ich aber urteile, ist mein Urteil gültig. Denn ich urteile nicht allein, sondern ich. Und der Vater, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz. Heißt es, erst das Zeugnis von zwei Menschen ist gültig. Ich bin das, der über mich Zeugnis ablegt. Und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Wo ist dein Vater? Wo ist dein Vater? Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr meinen Vater kennen, dann würdet ihr auch mich kennen. Ich gehe fort. Und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in eurer Sünde stehen. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ihr stammt von oben. Und ich bin von oben. Ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt. Wenn Jesus nur ein Prophet ist. Wie kann er sagen, ich bin von oben? Hä? Was macht ihr aus dem Herrn Jesus Christus? Warum stiehlt ihr ihm seine Gottheit? Warum entehrt ihr ihn so? Ihr Jesus Gottes Leugner hier. Guck mal, wie der mit den Pharisäern redet. Ihr seid von unten. Ich bin von oben. Damit wir dann sagen, ich war schon in Ewigkeit im Himmelreich. Und kam auf diese Erde. Ich bin nicht aus dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser Welt? Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Werdet ihr in euren Sünden sterben? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Fragen die Pharisäer. Ich bin von dem, der gesagt habe, dass ich es bin. Ja, wir selber. Ich hätte noch viel über euch zu sagen und zu richten. Aber der, der mich gesandt hat. Ja, auf Google. Ja, ich habe hier so. Guck mal hier. Ich schreibe es dir mal vor. Ich darf es dir eben, Kathi. Ergreifen Sie ihn und fesseln Sie ihn. Werfen Sie ihn dann in das lodernde Feuer. Das heißt, er wird den Wächtern der Hölle befehlen, ihn gewaltsam vom Versammlungsort zu entfernen. Ihn zu fesseln. Das heißt, ihm eiserne Halsbände um den Hals zu legen. Siehst du, da hast du aufgehört. Es geht aber weiter im Arabischen. Siehst du, Marianne, du musst weiterlesen. Und ihn dann dorthin zu tragen, Hölle und werfen ihn hinein. Was bedeutet, dass sie ihn darin untertauchen werden. Allah sagte, dann befestigte ihn an einer Kette, deren Länge 70 Ellen beträgt. Kaab al-Ahbar sagte, jeder Ring davon wird der gesamten Eisenmenge entsprechen, die es auf dieser Welt gibt. Al-Aufi berichtete, dass Ibn Abbas und Ibn Jureyh sagt, sagten beide, jede Elle wird der Unterarmlänge eines Engels entsprechen. Ibn Jureyh berichtete, dass Ibn Abbas sagte, dann befestigen sie ihn, es wird in sein Gesäß eingeführt und aus dem Mund herausgezogen. Oh, mein Gott. Dann werden sie an dieser Kette angeordnet, dann werden sie an dieser Kette angeordnet, so wie Heuschrecken an einem Stock angeordnet werden, der geröstet wird. Al-Aufi berichtete von Ibn Abbas, dass er sagte, es wird ihn in den Hintern getrieben, bis es aus seinen beiden Nasenlöchern rausgeholt wird. Boah, hemmtig. Ist das geisteskrank. Siehst du, wie sadistisch Allah ist? Das gesamte Eis der Erde, weißt du, was das heißt, man? Jetzt geh mal bitte noch mal auf. Hast du es jetzt selber auch gefunden? Ja, ich gucke gerade auf Google gerade, ja. Ich bin dabei, ich gucke gerade. Das ist Tore 69, Vers 32. Mhm, ich bin dabei, ja. Ich will genau das jetzt lesen, was du gerade gelesen hast auf Deutsch. Ja, möchtet ihr nicht eine... Wie weißt du denn... Ja, das ist auch heftig, ey. Krass, ey, gefällt das dann, glaube ich, ja. Ja, super. Ja, ja, ich muss mich durchkämpfen, also ich mach nix. Aber es steht ja, steht so, ja. Aber wie gesagt, ich hab das weiter gemacht. Ich musste noch weiterlesen, genau. Du kannst es ja im Englischen schon finden. Im Englischen findest du das doch, Maria. Ja. Einfach auf Google, Tafsir Ibn Kathir, und dann kommst du auf alim.org, und dann findest du schon den Hadith dort. Ja, mach ich. Ich bin dabei, ich gucke gerade, ja. Ich bin dabei, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020